Ich bin für Friedrich Merz, weil er für die gleichen Adjektive steht wie ich. Ich bin 60, ich gehöre nicht zum alten Eisen, ich bin erfolgreich, ich bin motiviert und als ich angefangen habe mit meinem Start-up, hat Roman Herzog gesagt, ein Ruck muss durch die deutsche Jugend gehen. Mich hat's geruckt und ruckt immer noch. Und alle, die für Merz sind, sind vorne. Ihr hört den einzigen Omikron-Fachpodcast, hier ist der Endicast mit der Jubiläumsausgabe Folge 121 live und tape mit nur gelegentlichen Schnitten aus dem Wohnzimmer von Uli Stielicke. Hallo und Renke. Und Dennis, genau, ja, hi. Ich bin wieder zurück. Was, wie, du warst weg? Ja, ich war im Urlaub. Reden wir weiter drüber. Nein, echt, da reden wir gleich drüber, in dieser Sendung. Ja, das gibt's ja gar nicht. Das ist aber diese Folge auch später, deshalb. Ich hab mich auch auf Twitter schon entschuldigt. Naja, hab's gelesen. Das hab ich mitbekommen. Ja. Wenn du da einfach am Mittelmeer abhängst. Ja. Und das war echt fies. Es gab irgendwie schon die ersten Fotos Montagnachmittag. Ja. Auf denen man Strand sehen konnte. Ja. Da hatte ich noch eine ganze Arbeitswoche vor mir. Ja, das stimmt. War geil. Für dich vielleicht. Definitiv. Wir haben heute wieder einen Gast. Ja. Wen haben wir heute zu Gast? Heute ist zu Gast Deutschlands einziger Fünf-Sterne-Podcaster, der Wert darauf legt, auch so vorgestellt zu werden. Bei uns ist wieder zu Gast, wie schon vor einigen Wochen angekündigt, Dr. Kai Kubasta. Hier ist der Doktor, macht Platz für den Doktor. Okay. Ich bin der Doktor und mach euch wieder schön. Ich brauch so lange innen, weil ihr Kack fressen, bis sie wieder, wieder, wieder gut aussehen. Ja. Hier ist der Doktor, macht Platz für den Doktor. Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Das war ja quasi Zwang, weil wir haben, Renke ist letzte Woche rausgeplatzt und da habe ich quasi während der Sendung, ohne dir vorher Bescheid zu sagen, eingeladen. Das habe ich dann auch gehört, als ich die Sendung selbst nachgehört habe und dachte mir dann, okay, dann bin ich wohl demnächst wieder dabei. Aber das hatten wir doch vor einigen Wochen schon abgesprochen, als ich da war. Ja, ja, also wir hatten nicht genau abgesprochen, wann ich denn wieder da bin. Ach so, ja gut, das passt ja jetzt ganz gut. Aber ich freue mich ja auf jeden Fall, ja. Ansonsten steht die nächsten Wochen so viel an, wir wissen gar nicht, wo wir die sonst unterbringen können. Nächste Woche machen wir das mit dem Dings, ja. Und danach die Woche, nee, ist gar nicht das mit dem Dings, aber dann kommt ja noch das andere, Dennis. Ja, es ist voll dieses Jahr. Ja, ja, es ist wirklich bis, oh, und dann kommst du eigentlich Montag zu mir? Ich zu dir? Oder Dienstag, ja. Müssen wir noch klären für den Adventskalender, ja definitiv. Hm. Was man mit dem Adventskalender auf sich hat, habt ihr ja vorhin schon im Teaser gehört. Richtig. Das war ein super Teaser. Ja, total super Teaser. Wahnsinnig. Auch der Teil im Teaser, wo ihr dann den Adventskalender angekündigt habt, den fand ich am besten. Folgt dem Adventskalender auf Telegram t.me slash anycast official. Ein Wort. Also offizial. Offizial. Das spanische Offizial. Genau. Schöne Grüße nach Cape Coral. Richtig. Ja, womit fangen wir denn an? Ja, du warst im Urlaub. Du wolltest das erzählen. Ich bin jetzt raus damit, damit wir alle schlechte Laune haben und dann haben wir es hinter uns. Ja, ich war, es hat sich ja vor einigen Wochen ja schon angekündigt, dass der erste FC Union Berlin im European Conference League-Gedöns von der UEFA spielt. Und in der Gruppe war auch Makapi Haifa. Ist immer noch. Ist immer noch. Ist immer noch. Und das Hinspiel haben wir schon gesehen im Olympiastadion im Städtischen und da stand jetzt ein Rückspiel auswärts an in Israel und da dachte ich mir so, da fahre ich jetzt da hin. Habe ich getan. So richtig? Und was ja gar nicht so einfach war, da erstmal hinzukommen, denn bis vor wenigen Wochen durfte man aus Deutschland noch gar nicht nach Israel einreisen gegen Conora. jetzt aber wieder, aber mit besonderen Hindernissen. Ja, mal schauen, wie lange noch. Also als ich Freitag vor dem Abflug, nee, abends noch irgendwie zufällig RTL Punkt 6 gesehen habe mit diesem hier, wie heißt dieser Typ, der Grinsebacke, er tragt den nicht mehr. Das ist eins der Relikte der 90er Jahre, die ich nicht vermisst habe. Ah, ich weiß, wie du meinst. Ja, nicht Uli Potowski, aber der andere Dicke. Ja, ja, der immer, der auch immer den RTL Spendenmarathon. Richtig, genau. Der Typ. Ja, der Typ. Und da, als ich schon die Corona-Zahlen gesehen habe, dachte ich mir so, das wird Israel auch nicht lange mitmachen mit uns. Aber nein, da bin ich... Und jetzt heute, gerade ganz frisch, Omikron-Verdacht in Hessen. Ach, wirklich? Kai, was ist deine Verteidigung? Bist du da weggezogen? Ach, ich war vor kurzem ja tatsächlich da und bin dann wieder weg. Aha, hast du Omikron mitgebracht, ja? Ich hatte schon so ein ungutes Gefühl, als ich da war. Die Leute haben da alle ein bisschen komisch geredet und waren auch ein bisschen komisch. Gebabelt, sagt man, glaube ich, ne? Ja, ja, genau. Und dann dachte ich, nee, da muss ich schnell wieder weg. Da liegt irgendwie was in der Luft in diesem Bundesland. Omikron hört sich aber auch immer noch an wie ein sehr schlechter Likör. Omikron. Oder ein sehr guter. Nee, und ich hatte dann schon quasi, als es sich andeutete, dass Israel seine Einreisebestimmung ab dem 1. November ändert, schon den Flug gebucht und dachte mir, weil, ist egal, also happens. Und ich hab's den gebucht, weil EasyJet auch einem versprochen hatte, ey, falls das mit der Einreise nicht klappen sollte, kannst du das in den Gutschein umwandeln und das in zwei Jahren andersweitig verfliegen. Und da dachte ich mir, okay, das ist jetzt kein, also kann man probieren. Und dann hab ich dann den Flug gebucht und dann kamen diese Einreiseregeln und damit hab ich Hotels gebucht. Und weil ich dachte so, ich kann ja nicht einfach da morgens hinfliegen und am nächsten Tag wieder zurück und fürs Spiel. Ich muss mindestens was, etwas vom Land mitnehmen, sind es fünf Tage geworden. Das heißt, ich bin Montag hingeflogen, sehr entspannt mit EasyJet tatsächlich, war, der BER ist gar nicht so katastrophal, er ist nur sehr komisch gebaut. Die Essensversorgung dort ist aber dafür katastrophal. Das Beste war, wir kommen da hin und haben Hunger. Wir sind da um vier aufgestanden, weil wir müssen halt durch zwei Sicherheitskontrollen, dazu komme ich noch gleich. Aber alle haben gesagt, sei früh da, es ist BER, es ist Israel Einreise und überhaupt. Und der Flieger ist gegangen um? Acht Uhr fünf. Acht Uhr fünf. Und du hast angepeilt, so gegen fünf am Flughafen zu sein. Richtig. Genau. Und die erste Sicherheitskontrolle, total entspannt, ein bisschen gewartet, aber es ging tatsächlich alles. Dann wollten wir was essen und dann zuerst stellen, dass das Sandwichladen erst um elf macht, elf Uhr aufmacht. Ach du Scheiße. Ja, ja. Der Fisch- und Chips-Laden, der schon offen hatte um die Zeitpunkt. Aber noch nichts Frittiertes verkauft, dann kriegst du nur Molade auf die Hand. Richtig. Die hatten nur das, was sie schon fertig scheinbar von gestern noch belegt hatten, aber die eine, also die Ansage war von der Trulla, die sehr unhöflich war, weil sie scheinbar jedem das erklären musste, dass es das, was da oben an der Stafel steht, nicht gibt, anstatt das irgendwo hinzuschreiben und die Schlange, die irgendwie so 15 Meter lang war, das jedem Einzelnen zu erklären und danach schon wirklich tierisch genervt war und das an jedem ausgelassen hat. Unfurchtbar. Und ich musste tatsächlich dann auf was Vegetarisches wechseln, weil ich dann irgendwo anders nochmal ein belegtes Käse-Sandwich-Baguette für, nee, es war eine Käse-Laugenstange belegt, für sechs Euro gekauft habe. So eine kleine oder eine größere? Eine kleine. Genau. Gut. Dann ging es tatsächlich nach Terminal D und da mussten wir tatsächlich so eine zweite Sicherheitskontrolle. Also nochmal auspacken alles, also alles Wichtige auspacken und dann nochmal, wurde man nochmal abgescannt, sauber. Und dann waren wir in einem Gate-Bereich, der nur die Israel-Abflüge hat tatsächlich. Und vorher musste ich noch die Passtkontrolle, das ist auch so ganz lustig, ich habe ja seit neuestem einen Pass, einen Reisepass und dann muss man den so reinhalten, dann geht so eine Tür auf und dann fällt eine Kamera vor allem so rauf-runter, muss die Maske absetzen, damit man die Luft auf quasi dem Nachmieter, der da reinkommt, drin lässt und dann zackt die Kamera und dann sagt sie so, das durchgehen und dann sitzt da hinten so ein Bundespolizist in seiner Box und nickt. So, und dann ist man aus Schengen raus. Das gibt es auch schon jahrelang in UK, also konntest du auch schon, wenn du da hingekommen bist, kannst du entweder, jetzt brauchst du ja wieder einen Pass, glaube ich, aber als man dann noch mit Perso einreisen durfte, konnte man sich mit Pass schon immer vor so einen Automaten stellen und war irgendwie nach fünf Minuten draußen oder hat er ansonsten halt irgendwie eine halbe Stunde in der Schlange gestanden. Genau, das war sehr entspannt, der Flug selber auch total entspannt, ich hatte, also ich fand es auch gar nicht so eng, als das ging, ich hatte nur halt so einen Sitzplatz, wo ich irgendwie noch ein zusätzliches Handgepäckstück hatte, dass ich nichts aufgeben musste und weiter vorne halt, aber das war nicht mehr platzmäßig als alle anderen Sitze und oben im Flug, es gab keine Lotterie, wie bei Ryanair, sehr enttäuschend und keine Jingles, wie bei Ryanair. Ach, bist du das erste Mal EasyJet geflogen? Das erste Mal EasyJet geflogen, ja, ja, ja. Ja, das fühlt sich tatsächlich an wie ein ganz normaler Flug, wo das alles ab so teuer ist. Genau, und oben gab es dann Essen und ich hatte eine mediterrane Snackbox, Pringles, diese kleine Dösie und eine Dose Coxijo für 9,50 Euro. Das hat meinen Hunger relativ okay gestillt, diese mediterrane Snackbox war gar nicht mal so schlecht, das waren so kleine Cracker, Hummus. Warum hast du denn, das waren jetzt ja schon 15 Euro, warum hast du denn dir keine Brote geschmiert zu Hause? Ich hab nicht weiter daran drüber nachgedacht, ich hatte auch keinen Bock, es war früh, es ist alles scheiße. 15 Euro, weißt du, wie viele Brote du davon machen kannst? Willst du meine Endabrechnung für diesen Urlaub sehen? Weiß ich nicht. Genau. Und dann Landung in Israel und das erste, was man macht, da war dann, man kommt aus dieser lange Halle und an der Seite ist so ein kleiner Counter und so vier Automaten und das ist das große Problem mit diesem Flughafen, dass da erwartet wird, dass du in bestimmte Ecken gehst, aber du gar nicht baulich dahin geleitet wirst, deswegen stehen da Leute und schieben einen wieder rüber da und da waren dann so vier Automaten, wo du dann quasi deinen Pass reingehalten hast, auch wieder Kamera und dann kam so ein kleiner Ausdruck raus und dann schreibt dann Einreisebestätigung, dass du quasi jetzt für einen Touristenvisa hast. Okay. Und das war schon tatsächlich, wenn der Automat sagt, nein, musstest du zu diesem kleinen Schalter gehen, wo dein Grenzbeamter saßt und der hat dich dann ausgefragt. Mir ist das nicht passiert, einem aus der Reisegruppe ist das passiert und der musste noch mal so fünf Minuten sich mal so Fragen über sich ergehen lassen. Aber das ist dann wahrscheinlich Zufall, also der hier, die Stichprobe gewesen, oder? Zumindest bei den Menschen aus der Reisegruppe war es durch den Einsatz von verschiedenen Reisepässen in der Vergangenheit nach Israel, die dann da gefleckt wurden. Zum Beispiel mein, also im Zweifel erfülle ich auch Stichproben, ich glaube das ist das, was bei den Rückreisern passiert ist, aber dann ist man da raus, hat diesen blauen Zettel vorgezeigt und konnte dann in den nächsten Bereich gehen und dann kam man quasi wirklich durch eine, kann man auch wieder in eine Halle und da waren dann diese Bütchen, wo dann wieder Grenzbeamte saßen und da musste man dann hin und der hat sich auch nochmal den Pass dann angeguckt und da gab es dann, das ist dann die Art der Befragung, ich wurde aber nur gefragt, was ist denn mein Grund meiner Reise und ich sagte, vacation to watch a football match und er sagte, fragte nur so, which, nee, football match und ich zeigte ihm nur so mein Union-Ding und er meinte so, ah, okay und er fragte noch, wie lange ich bleibe und dann habe ich gesagt, bis Freitag und dann hat er mir den Pass gegeben mit einem weiteren Zettel und in diesem Zettel bin ich dann rausgekommen aus dem Flughafen. Und dann war ich in Israel. Also hast du den Union-T-Shirt-Trick angewandt. Richtig. So. Ja. Das wurde schon angeraten von anderen, also du hattest es mir, glaube ich, weitergeleitet, weil du es irgendwo mitbekommen hattest. Genau, ja. Das habe ich schon, also an verschiedenen Stellen gelesen, dass so Leute, die halt schon mal wegen Fußball in Israel waren, dass das da ganz hilfreich war, wenn man sich irgendwie als Fußballreisender zu erkennen gegeben hat, weil die dann wussten, ah, alles klar, kommt ihr mir her, Fußball gucken und dann ist er weg. Das ist dann irgendwie so eine besondere Kategorie. Ich weiß natürlich nicht, ob die Leute, ob die Fußballzuschauer nicht vielleicht, also ob die weniger gefährlich sind, aber ich weiß nicht, die israelischen Einreisebehörden werden schon wissen, was sie tun. Genau, die Einreise war total unkompliziert und das Wegkommende auch. Ich bin in den Zug gestiegen, habe mir ein Ticket gelöst, war in Tel Aviv und Tel Aviv ist eine wunderbare Stadt. Der Slogan ist, glaube ich, also die Stadt, die halt irgendwie nicht schläft, so gedöhnt halt. Also da ist immer was losgefühlt. Im Gegensatz zu Haifa, bei Haifa wird schon relativ früh am Abend der Bürgersteig hochgeklappt. Ach echt? Ja, ja. Tel Aviv war dann doch schon lebendiger. Und ja, Strand, rumfahren, die Häuser, die Menschen, das ist alles schon geil. Also jedes Mal, wenn man so einen Bus, man ist irgendwie in Gespräche gekommen, weil man hat, die Leute halt, musste man sich auf Englisch ansprechen und dann hast du dich automatisch als Touri geoutet und dann gab es sofort die Frage, wo kommst du denn her? Ja, Berlin, oh, oh, Berlin und dann ist mal ein Gespräch. Also sobald du Berlin gesagt hast, sind alle happy. Also Berlin ist da ein Sehnsuchtsort, also auch für viele, sehr lustigerweise. Gerade bei den jungen Leuten war es so, ja, entweder waren sie schon in Berlin oder sie wollen nach Berlin. Okay, interessant. Okay, willst du erstmal von der Abreise erzählen? Ja, die Abreise. Und dann, genau, und dann kannst du mal von... So, die Abreise war viel lustiger. Und zwar an dem Tag, am Freitag, ist es so, dass die Züge offiziell nur so bis 13 Uhr fahren, weil dann ist es Schabbat. Das Problem ist nur wahr, die israelische Eisenbahn hat gesagt, nee, wir machen vor Schabbat nochmal Sanierungsarbeiten, das heißt, es fahren gar keine Züge. Also keine Züge von Haifa bis zum Flughafen. Und so sind wir mit dem Fernbus gefahren. Das heißt, wir mussten erst mit dem Bus von Haifa raus, tatsächlich in die Nähe des Stadions, da ist auch der Fernbusbahnhof und dann sind wir dort in den Fernbus eingestiegen und der Fernbus hielt an gefühlt jeder Milchkanne. Und hat immer mehr Verspätung aufgenommen, immer mehr. Wir sind da extra früh schon rausgefahren, aber wir hatten dann plötzlich plus 60 Minuten am Ende. Und das Beste an diesem scheiß Fernbus war, dass er einfach wirklich an jeder Milchkanne gehalten ist, der hat nicht direkt am Flughafen gehalten, sondern so drei Kilometer davon daneben und da musste man wieder umsteigen. Dummerweise fährt der Bus von dieser Haltestelle bis zum Flughafen nur jede halbe Stunde. Ach du Scheiße. Ja, richtig, Airport City. El Junction ist es. In dem TripAdvisor-Forum heißt es so, macht das bitte nicht, ihr landet mitten im Nirgendwo. Das stimmt, das ist mitten im Nirgendwo. Seid ihr denn gelaufen oder habt ihr auf den anderen Bus gewartet? Wir wollten auf den Bus warten, aber zufälligerweise kam ein leeres Taxi, das haben wir jetzt sofort rangewunken. Wir wurden von diesem Taxifahrer auch direkt übers Ohr gehauen, das war uns in dem Moment aber auch egal. Der wollte 50 Schäkel für diese Fahrt, das ist nicht der Tarif gewesen, er hatte auch keinen Taxometer angemacht. Er hat einfach nur gesagt 50 Schäkel und für uns war das egal. Wir waren zu viert, das sind ungefähr, weiß ich nicht, 13 Euro, vollkommen okay. Ja gut, aber da hätte ich auch keine Fragen gestellt. Dann sind wir aus dem Taxi gefallen und wir sind ja ordentliche Deutsche, so schön mit Socken und Pantoffeln, nee, mit Sandalen und hatten halt unseren Boardingpass schon ausgedruckt, hatten Reisepass in der Hand und dann straight, kommst du wirklich, kommst in diese Halle rein aus vom Taxi und siehst direkt die Sicherheitskontrolle, sind wir ja straight zur Sicherheitskontrolle gelaufen, stehen da so 20 Minuten an und dann werden wir rausgewischt nach dem Motto, wo ist denn der Aufkleber auf dem Reisepass und der ausgedruckte Boardingpass? Ja, nee, nee, der muss neu ausgedruckt werden. Was? Aber warum muss der neu, warum? Ja, okay, Entschuldigung, du wolltest gerade erzählen. Wissen Sie warum? Weil der wird ausgedruckt und dabei wird gleichzeitig die Corona-Kontrolle gemacht, dass du geimpft bist und genesen. Ah, okay. Aber es ist ja flughaft, es ist baulich so aufgebaut, dass du wirklich, du kommst in diese Halle groß rein und siehst die Sicherheitskontrolle und es ist kein Hinweis, dass du nach links und rechts gehen müsstest, wo halt die Checkingschalter sind und davor gelagert sind die. Vielleicht auf hebräisch. Das sind die Passkontrollen. So, und das hat keiner gerafft, weil wir sahen halt nur Leute ganz viel bei Checkingsstand und so, wir haben ja gecheckt, brauchen wir nicht. Ja. Also angeschlagen und darstellt. Aber kann das denn nicht, also der muss doch EasyJet auch informieren oder nicht? Nee, keine Info, nix dazu, gar nix. Okay. Ja, ja, aber dann standen wir dann da bei EasyJet in der, also vor dieser Passkontrolle, wir standen noch nicht mal auf Checkingschalter, wir standen bei dieser Passkontrolle. Ja. Das hat irgendwie eine halbe Stunde gedauert, bis wir rangekommen sind. Dann kurze Befragung, wir waren zu viert, wir hatten noch jemanden unterwegs aufgesammelt, der ein bisschen verwirrt war, wo er jetzt lang müsste, auch in Uniona. Und dann hatten wir jeder so einen Aufkleber auf unseren Reisepass bekommen und ich hatte, mein Reisepass hatte eine Nummer und die wurde nochmal mit dem Stift markiert, umkringelt. Und ich hab dann schon die ganze Zeit gesagt so, fuck, ich wurde rausgefischt. Ich krieg einmal die Komplettbehandlung. Also so offensichtlich, ich hab damit halbrecht behalten. Wir kamen dann erst zum Checkingschalter, die Checkingschalter-Schlange hatte sich mittlerweile so sehr abgebaut, dass wir relativ sofort drankamen, weil bis zum Flug waren es echt tatsächlich nur noch knapp eine Stunde. Okay. Okay. Genau. Nee, 1,30, 1,30 noch. Aber gleichzeitig war klar, dass der Flug ungefähr eine halbe Stunde Verspätung hat. Also waren wir noch so zwei Stunden durch die Security durchkommen, die Security-Schlange war, das ist so, fuck, das wird echt eng. Und vor allem wurde uns dann noch an einem Checkingschalter eingetriegt, dass das Gate um 30 Minuten vorher schließt, wenn man nicht mal dahin käme. War auch eine Fehlinformation. So, wir kommen dann, dann kommst du zu dieser Security-Schlange, also zu der ersten, und dann steht da ein Mensch, der auf diesen Aufkleber guckt und dich nach links oder nach rechts schickt. Wenn du nach rechts geschickt wurdest, kommst du durch die normale, relativ einfach, da warst du in 20 Minuten durch Kontrolle. Links war die Hochsicherheitskontrolle. Ich wurde nach links geschickt. Okay. Da standen wir dann da. Und das hat dann nochmal eine Stunde Wartezeit gedauert, weil es ging da wirklich nicht voran, weil du nur sahst, wie da die Leute einzeln auseinandergenommen wurden. Alles auspacken. Ja. Du und dann mussten die anderen auch mit? Genau, drei von uns. Die vierte Person wurde tatsächlich nach rechts geschickt und waren dann in 20 Minuten durch. Okay. Und wir dachten schon, okay, wir werden dann den Flug verpassen. Waren jetzt ziemlich sicher in dem Moment, das wird nichts mehr heute. Es hat ewig gedauert. Es ging irgendwann mal ein bisschen voran. Zwischendurch kam tatsächlich eine Sicherheitsbeamtin und hat gefragt, wann denn unser Abflug sei. Und sie hat das auf einen Zettel notiert. Sie hat eine Strichlicht geführt. Und ich dachte mir so, okay, sie haben es im Blick. Es hat sich auch später bestätigt, weil sie zwischendurch Leute vorgelassen haben und dann auch uns irgendwann da herangelassen haben. Und die Information mit dem Geldschließen war nicht relevant, sondern die haben wirklich uns so getimt, dass wir auch dann noch durchgekommen wären. Okay. Aber ja, ich habe die Sonne, also bei mir hieß es dann wirklich alles auspacken. Alle elektronischen, also alle elektronischen Sachen, also auch Kabel. Ich habe ihn gefragt, auch Kabel? Und dann so, ja, alles auspacken. Und zwar einzeln auspacken. Koffer aufmachen und er ist mit so einem Teststäbchen wirklich an jede Ritze gegangen. Und ich habe ja diesen Rucksack, den man ja von so beiden Seiten oben, unten, links, rechts aufmachen kann. Ich habe ihm das gezeigt und ich war darüber sehr dankbar, weil es dann noch einfacher war, wirklich in die letzte Ritze zu kratzen mit diesem Teststäbchen. Das war aber überschaulich schnell tatsächlich am Ende. Also war ich durch meine Packmethode, war das alles sehr, also auch meine Kabel sind ja in so Taschen gruppiert. Darüber war ich sehr dankbar. Ich habe das alles auseinandergenommen schnell, er hat das überall abgestrichen und dann ging es tatsächlich durch einen Metalldetektor, mehr nicht, nicht mal Körperskeller, nichts. Und dann war ich durch, tatsächlich. Und ich wurde auch nicht mehr weiter befragt. Das heißt, die Sicherheitskontrolle, also die Verschärfte ist im Prinzip sowas, wie man ja auch in Deutschland kennt, so ein einfacher Abstrich, was so Sprengstoff angeht oder so. Ja, aber den Abstrich. Ja, der Abschärfte nimmt man sehr ernst. Ja. Aber gewartet habt ihr da so lange, weil da viele Leute standen und wenig Leute kontrolliert haben. Genau. Und weißt du, wer da stand? Wer so in dieser Gruppe stand? Fußballer und arabisch aussehende Menschen in dieser Schlange. Also es ist jetzt kein Geheimnis, dass die Sicherheitskontrolle am Ben-Genua doch schon rassistische Tendenzen hat. Darüber macht man jetzt halt, was man möchte, aber tatsächlich die Schlange war so. Lustigerweise waren das, dass sich nahezu alles israelische Staatsbürger, die sich sehr ungerecht befühlt verhandeln und das auch immer sehr lautstark kundgetan haben, aber es sich nicht half. Wir haben einfach die Fresse gehalten, weil wir dachten so, nee, wir werden jetzt, also niemand, keiner hat sich verschwert, wir haben einfach still uns das ertragen und es war dann auch okay. Dann am Gate alles super, also dann hab ich da nochmal, weiß nicht, für 300 Euro Snacks und Getränke gekauft und dann waren wir im Flugzeug und dann ging ich wieder zurück. Die Verspätung haben wir tatsächlich noch aufgeholt, wir waren dann pünktlich in Berlin. Krass. Ja, durch gute Windlage, es gab zwischendurch so Turbulenzen, so nach dem Moschland, Otto auch so, bitte setzen Sie sich, schnallen Sie sich bitte an, die kind, das hat mich nicht so weiter interessiert, ich hab einfach meine Serie weiter geguckt. Andere guckten ein wenig besorgter, aber es war auch nur... Wie, ich dachte, du hast einen Koalitionsvertrag gelesen, Dennis, was stimmt denn jetzt? Ich hab beides getan, ich hab beides getan, ich hab beides getan. 160 Seiten lesen sich relativ schnell, vor allem wenn sie mit zweifachem Zeilenabstand geschrieben sind. Alter Trick bei den Koalitionären. Ja, und das war's dann, das war da der Flug, dann war ich durch und dann nochmal hier in Berlin einmal durch die Easypass und dann nochmal zu einem Schalter gehen, wo Bundespolizisten mit eingebauten QR-Code-Scannern in ihren Augen sind und die eine optische Sichtkontrolle meines Kufpasses gemacht haben. Ah ja, sehr gut. So, soviel zum Thema, ob Omnikron schon in Berlin sei, ich sage ja. Also du, und ich musste keinen PCR-Test machen für die Einreise nach Deutschland, nach Israel musste ich zwei machen. Ich musste einen vom Abflug machen und dann gab's nochmal einen Abstrich quasi am Ben Genua und so lange musste ich mich isolieren, bis der Dacat. Wie lief das denn eigentlich, denn seid ihr angekommen und dieser PCR-Test, das war so, dass man, also ich hab ein paar Fotos gesehen, das sah so aus, als wäre man sozusagen auf dem Weg nach draußen unweigerlich an diese Teststation vorgekommen. Genau, das war tatsächlich baulich so gemacht, du kommst, kamst nicht anders raus aus dem Flughafen als durch diese Teststation. So, du wurdest wirklich geführt und du kamst auch nur mit einem, du hast dann irgendwann so ein Armband bekommen, also so ein Papierarmband und damit bist du erst aus dem Flughafen rausgekommen. Ohne das wärst du dann nicht rausgekommen. Das war sauber gemacht, deswegen waren wir auch so schockiert auf der Rückfahrt, dass es einfach nicht so organisiert war, sondern einfach raus, äh, so. Und dann war, gab's da die Möglichkeit normaler PCR-Test, gab's auch so PCR-Express-Varianten? Mir nicht bekannt tatsächlich, also weil du kriegst, du hast die Einreiseanmeldung ausgefüllt, damit hast du direkt deinen Greenpass bekommen und außerdem einen Link zu diesem Testbetreiber und mit der Bitte, buch das bitte online vorher, ist auch irgendwie, äh, 20 Schäkel billiger. Ähm, haben wir gemacht, äh, und du gehst dann mit diesem QR-Code dahin, ähm, und wirst dann der Abstrich genommen, wurden zwei Abstriche gemacht, die poolen das direkt sofort, das heißt, sie hat einmal einen Abstrich gemacht, hat's in dieses Pool-Gefäß getan, wo andere Abstriche schon drin standen, äh, und hat nochmal einen Einzelabstrich gemacht, so. Ja, okay. Ähm, und damit sind sie, glaub ich, relativ effizient und mein Test war, wann sind wir gelandet, gegen 13 Uhr und ich hab die SMS um 20 Uhr bekommen. Und war dann von der Isolation befreit und in der Isolation durfte ich halt auch öffentliche Nahverkehrsmittel benutzen, alles kein Problem, ähm, ich bin ins Hotel angekommen, hab mir was zu essen bestellt, das wurde vor der Hoteltür abgestellt, hab lecker gegessen und um 20 Uhr bin ich rausgegangen, bin spazieren gegangen, sehr schön eigentlich, das, so kann man's gerne machen. Und es ist sicher. Ja, das klingt doch, das klingt, ja, wenn man sich dran hält, ne? Also, ja. So, jetzt warst du also von Montag, ja, Abend ja eigentlich erst, als du da raus darfst, durftest bis Mittwoch, glaube ich, in Tel Aviv. Ja, zwei Nächte, genau, zwei Nächte in Tel Aviv. Und dann, dann in Haifa. Jetzt hast du schon gesagt, irgendwie Tel Aviv ist super schön und laut und in Haifa werden abends die Bürgersteiger hochgeklappt, was erwartet denn Leute, die da hinfahren, was sollte ich mir denn anschauen, wenn ich da meinen Urlaub machen würde? Und, ähm, würdest du Urlaub empfehlen, eher alleine, zu zweit, zu dritt oder mit Kindern? Frage ich jetzt mal ganz uneigennützig. Also, ähm, es ist, also Tel Aviv selber ist tatsächlich schön, man kann viel rumlaufen, man kann sehr, sehr gut essen. Das sollte man auch wirklich tun. Ähm, also Hummus, Falafel, Shashuka, alles, was es so gibt, essen. Ähm, und, ähm, man kann sich ein bisschen Tel Aviv angucken, Tel Aviv hat jetzt nicht so viele Sehenswürdigkeiten an sich. Äh, es gibt halt Jaffa, diese, diese Hafenstadt, diese alte Hafenstadt, ähm, die auch historische Bedeutung hat, weil das war, zeitlang halt, waren die Christen dort, dann die Muslime, ähm, dann war es Teil von Israel, oder ist es jetzt, seitdem ist es Teil von Israel, aber hat eine sehr religiöse Bedeutung. In Jaffa selber ist auch zum Beispiel die Vatikanische Botschaft, ähm, so Sachen, auf so einem kleinen Hügel, ähm, da gibt's auch einen der besten Hummus-Läden, ähm, äh, Abo Hasan, da sollte man hingehen, und das Beste an Abo Hasan war tatsächlich, ähm, du bist da, du wurdest da hingesetzt, der hat keine Bestellung aufgenommen, der hat etwa Hummus vor die Nase gestellt. Da gibt's nichts mehr, da gibt's einfach nur Hummus. Auch kein Problem, du hast einfach eine große Schüssel leckeren Hummus bekommen, dazu gab es leckes Brot und, äh, äh, rohe Zwiebeln. Geil. So. Und das hab ich... Was kostet das? Äh, äh, ich, äh, ich hab 36 Schäkel mit dem Getränk bezahlt. Und hab's aber großzügig auf, auf 50 aufgerundet. So, weil ich das so geil fand. Äh, also am Ende, weiß ich nicht, das sind dann, äh... Und das sind dann irgendwie, das sind nicht so viel, ne? Das sind was anderes, 14 Euro oder so? Ja, genau, so ungefähr, so. Das ist vollkommen super. Ähm, das ist also Essen und so und einfach rumfahren. Ich glaube, wenn du wirklich Sehenswürdigkeiten, da gibt's andere Länder, also, sorry, andere Städte. Also, Jerusalem hab ich jetzt geskippt, ähm, weil ich das ein bisschen unwürdig finde, in so eine bedeutsame Stadt, auch ich bin kein religiöser Mensch, aber ich verstehe, was das für eine bedeutsame Stadt für viele Menschen ist. Und ich find's ein bisschen unwürdig, da halt morgens mit dem Bus reinzutuckern, quasi, äh, einmal durch drei Kirchen, äh, zu gucken, irgendwelche Schlangen zu stehlen und einmal kurzes Foto von der Klagemauer zu machen und dann um 16 Uhr zurückzudüsen, fände ich dieser Stadt, äh, nicht fair gegenüber. So. Wie lang ist man unterwegs von, von, äh, Tel Aviv nach Jerusalem? Äh, ich meine, dass es ungefähr eine Stunde, also unter einer Stunde ist und kannst direkt mit dem Zug durchfahren, es fahren auch noch Busse. Okay, so. Also, alles. Ja, es gibt Tagestouren, das ist auch so vorgesehen, das machen auch sehr viele Leute, äh, aber ich bin ja weniger Party-Tourist, sondern ich versuche schon so ein bisschen, äh, nicht kultiviert das, das hört sich abartig an, ne, ich meine, zumindest interessiert für das Land zu sein und dann find ich's halt ein bisschen schade, da einfach nur so wie sechs Stunden zu verbringen. So, wie ist das jetzt mit den, mit den Stränden in Tel Aviv? Das ist, glaub ich, noch eine, das musst du mal erklären. Ganz viele. Ganz langer Strip, ähm, es war eigentlich offiziell Badeverbot, ähm, es gab so ein paar, wo es offen war. Warum denn, warum, warum Badeverbot? Es ist halt Nebensaison und, äh, da waren einfach keine, keine, äh, hier, äh, hier, Leute, die am Strand überwachen, hier, äh, David Hasselhoff. Genau, Bademeister, nicht Bademeister, aber, äh, Schwimmmeister. Ja, Rettungsschwimmer, genau. Die waren da nicht, ähm, deswegen nicht, aber wunderbare Strände, ewig lang, ich bin da mit dem E-Scooter tatsächlich lang und lang gefahren, weil es da direkt daneben eine sehr gut ausgebaute Fahrradstrecke gibt, neben dem Strand. Und die E-Scooter sind nicht limitiert in ihrer Geschwindigkeit. Das macht sehr viel Spaß. So, aber jetzt bist du schon wieder weg von den Stränden, Dennis. Was ist, was sind, warum, warum so viele Strände? Was, also es gibt ja, wenn man sich das auf der Karte anschaut, ist da ein Strandsymbol nach dem anderen. Ja, was, was ist das? Das ist einfach ein durchgängiger Strand und quasi an diesen Symbolen, die dort auf der Karte sind, ist halt so, ist so halt Infrastruktur gruppiert, da kannst du quasi Strandmöbel ausleihen, also Liegen, andere Sachen. Und da sind dann auch so, so, so kleine Café, so kleine, ja, Cafés ist das falsche Wort, aber so, Versorgungseinrichtungen. Ja, aber ich dachte, da gibt es, ich dachte, da gibt es hier Strände für jeden. Ja, da gibt es natürlich auch Strände für jeden. Das ist auch abgetrennt. Und es gibt auch hinten. Genau, das, darauf wollte ich hinaus. Es gibt, also, die sind, also die, da, die, die meisten sind nicht abgetrennt so richtig, sondern die sind einfach, die sind, kannst du von der Straße direkt dahin gehen. Es gibt halt nur einen, der halt wirklich Zaunlich abgetrennt ist und da ist wirklich Geschlechter getrennt. So, aber da konntest du auch nicht reingucken. Es gibt, aber es gibt so ganz viele, ne? Es gibt irgendwie so den, den, den hier. Es gibt halt ein paar Strände, die haben halt den, da wird halt, da ist irgendwie klar, der ist irgendwie mehr LGBTQ und so. Es gibt halt explizite Hundestrände. Genau, den orthodoxen Strand, den Hundestrand und den so. Also, das, ich finde, also, das, das fand ich ein bisschen, zumindest habe ich darüber gelesen, nachdem ich irgendwie darauf hingewiesen worden bin. Und das ist wohl sehr, sehr kleinteilig, sehr kleinteilig geregelt. Also, auf jeden Fall Fettnapfgefahr. Das kann gut sein, aber es war, es waren halt wirklich auch wenig Leute wirklich baden. Es war ein bisschen Wassersport, aber es war, am Strand waren selber auch sehr wenig Leute. Also, es war, du hättest ohne Probleme sehr viel Platz gehabt, wenn du da gewesen wärst, aber du dürftest halt offiziell nicht schwimmen. Aber es war, ähm, es war schon, äh, so Strandwetter, ne? Also, er hatte schon über 20 Grad und man, und die, man hätte auch wahrscheinlich gut baden gehen können, oder? Ja, hätte man tatsächlich. Also, ich war die ganze Zeit in kurzer Hose unterwegs, so ein T-Shirt. Ähm, aber da ist auch wieder das Ding, ich bin halt Mitteleuropäer und das ist dasselbe, was ich in Lissabon gesehen habe. Leute neben mir tragen, trugen lange Hose und dicke Pullover. Bei ihnen war kalt. So. Weil es da im Sommer dann heißer ist, so. Ja. Ähm, deswegen, vielleicht ist es das Ding einfach, dass die Einheimischen das nicht als Badewetter empfinden. So. Und in Haifa auch, wunderbare Stadt, und der war scheinbar auch offen, tatsächlich. Da konnte man auch baden, so. Habe ich aber nicht getan. Und Haifa eher langweilig, sagst du wahrscheinlich aber auch gutes Essen, nehme ich an. Ne, was heißt langweilig? Haifa ist einfach, ist eine Hafenstadt, ähm, sie ist, äh, auch von der Bevölkerung anders. Also, du hast da, also, du bist durch die Straßen gegangen und hast entweder Russisch oder Arabisch gehört und so ein bisschen Hebräisch, also sehr viel Russisch, absurd viel Russisch. Und, ähm, der Hintergrund ist einfach, dass, ähm, sehr viele, äh, russische Siedler, ähm, also sehr viele Jüdinnen aus Russland in den 90ern rüber gemacht haben, nach Israel. Äh, und sich da größtens halt da niedergelassen haben. Und ich bin auch in so einem Giftstoff reingekommen. Also, das war auf der Karte. Ich hab so, ich hab nach Magneten gesucht und bin da rein und dachte, ja, das ist so ein Souvenirladen. Ich komm da rein, dieser Souvenirladen war halt auf Weihnachten umgebaut. Und zwar, stell dir mal so russische Weihnachten vor. Ja, okay. Sehr viel Glitzer, Silber, Figuren, die rote Pausbäckchen haben, auch so klein, voller Gerümpel dieser Laden und es wird nur russisch gesprochen. Okay. Und ich hab dann mein Tourikram hinten dann wiedergefunden, so. Ähm, ja. Äh, 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 du warst noch im, im, äh, äh, Ja, genau. Natürlich, war ich im Eisenbahnmuseum. Sehr überschaubar. Israel hat jetzt nicht die größte Eisenbahngeschichte. Äh, ich glaub, das Lustigste an der israelischen Eisenbahn ist, dass sie halt Doppelstockwagen aus Görlitz haben, die sie nicht umlackiert haben. Also, sie haben, sie sind schon für sie produziert, aber weil sie aus derselben, äh, Fertigungslinie fallen wie die für Deutschland, sind sie halt DB-Regio-Rot. Und du hast das Gefühl, du fährst gerade durch Brandenburg. Ja. Sehr schön. So, jetzt abschließend nur noch, äh, lieber alleine, lieber zu zweit oder auch mit Kindern? Äh, zu zweit ohne Kinder. Okay. Also, für Kinder, ähm, Strandurlaub findest du, also wenn du Strandurlaub machen möchtest, dann ist, glaub ich, Israel einfach der falsche Ort, einfach wegen der Einreise. Und es gibt Orte, die einfach billiger sind. Das Essen ist sehr, sehr teuer. Also Israel ist einfach sehr, sehr teuer. Ähm, da gibt es einfach preiswerte Orte. Und für Kinder, ähm, es gibt da kein Disneyland, es gibt da nix. Äh, und die Klagemaus ist auch nicht so ultra interessant. Ähm. Ähm, also, Strandurlaub woanders. Aber sonst, wer sich für ein Land interessiert, dessen Menschen ultra nett sind, ultra zuvorkommen sind, äh, wo es richtig geiles Essen gibt, wo es, äh, sehr viel Geschichte zu erleben gibt, äh, ist Israel the place to be. Wie, wie wir so schön, äh, hier Touri-Influencer sagen. Sehr schön, Dennis. Vielen, vielen Dank für deinen, für den tollen Eindruck. Ich fand auch, dir wird immer mir die Bilder angeschaut, auch von diversen Haifa-Reisenden, so aus der Union-Bubble. Und, äh, fand das sah wirklich alles echt toll aus. Ja, das ist. Ich bin sehr, sehr neidisch auf diese, auf diese Reise. Das, glaube ich, das sollte man auch sein. Sorry. Nee, aber es ist tatsächlich. Kai? Ist aber, was man halt, äh, sorry, es ist, äh, kann halt, es, wovon, also, davon werde ich noch ewig grinsen, von dieser Reise, tatsächlich. Das war, hat sich gelohnt. Kai? Ah, sorry, ich war gemutet, ich hab die ganze Zeit gesprochen. Ah, verdammt. Warst du schon mal in Israel? Ich war noch nie in Israel, nein, meine Großeltern waren mal in Israel. Vor, aber auch schon, weiß nicht, 20 Jahren oder so vielleicht. Wie weit bist du denn bisher gekommen, so auf der Welt? Äh, schon. Schon ein bisschen. Also, das weiteste war, glaube ich, mal, so von der Entfernung von Deutschland aus gesehen, eben San Francisco. Ich wollte gerade sagen, Figgi-Figgi-Urlaub auf Domrep. Nee, auf Kuba war ich sogar auch mal mit meinen Eltern. Renke ist jetzt böse auf mich, weil ich seine Witze aus seinen Chats gerade recycle. Der eine, der eine. Es war in beiden Fällen kein Figgi-Figgi-Urlaub. Das war das einzige Mal, dass jemand so kackend reißt, mal vor meinen Augen und Ohren meine Gags geklaut hat. Der andere Mensch spricht auch gerade mit uns. Hallo Kai. Mir wird das manchmal bei Tweets vorgeworfen, aber... Nee, gestanden mal. Nee, egal, das ist jetzt... Kai, was hast du denn gestern Abend im Fernsehen geschaut? Also, wir nehmen jetzt auf, könntest du mal sagen, Samstag, 27. November. Ich hab gestern Abend TV total gesehen, live. Nein. Ich hab gestern nichts im Fernsehen gesehen. Ich schau nicht so viel Fernsehen. Ich überhaupt... So Fernsehen, auch so Kochshows, find ich ganz uninteressant. Dennis und ich haben gestern Fernsehen gesehen. Ja. Werbefernsehen sogar. Nee, eben nicht mehr. Oder Werbefernsehen. QVC. Ja, doch, ja, aber Fernsehen, und es war unterbrochen durch Werbung. Ja, das ist okay, aber das ist, das ist aber nicht das, was wir erwartet haben. Ja, das stimmt, aber pass mal auf, ich sag dir was. Das ist hervorragend, dass es so ist. Denn zum ersten Mal, also, abends mit Kindern Film gucken, heutzutage, ist halt anders als zu den Zeiten, als wir Kinder waren. Weil da lieften halt irgendwelche Filme auf Privatsendern und es kam ständig Werbung. Was heißt das also? Das heißt, zwischendurch ist Zeit, mal auf Klo zu gehen. Zwischendurch ist Zeit, mal die Kinder zum Zähneputzen zu schicken. Und in der nächsten Werbepause sagt man so, du pennst hier gleich ein, leg dich mal lieber ins Bett. Ja. All das funktioniert. Aber das funktioniert halt bei Netflix nicht. Richtig. Weil es da keine Pausen gibt. Das fand ich echt, also zum ersten Mal hat werbefinanziertes Fernsehen für mich total Sinn ergeben. Und ich bin fast, ich glaube fast, das mache ich jetzt öfter. Bist du jetzt auf so einem Juli-C-Entschleunigungstrip? So hört sich das an. Nee, ich möchte, nee, das hat nichts mit Juli-C-Entschleunigungstrip zu tun. Ich habe einfach keine Lust, immer den Film auf Pause zu stellen und zu sagen, so, jetzt lass mal Zähneputzen gehen und dann erstmal wieder fünf Minuten Geschrei an den Haken zu haben. Ah, verstehe. Also du bräuchst eigentlich so eine Funktion für Netflix, die dir einfach so automatisch so Pausen einbauen. Ja, weil da war die Pause, so, jetzt ist Werbung, komm, lass mal schnell hier Zähneputzen gehen, dann verpassen wir nichts. Und das war, das musste man gar nicht weiter erklären. Die sind aufgestanden wie Zombies. Das könntest du ja aber auch bei aufgezeichneten Sachen so machen. Da könntest du dann einfach vielleicht Werbung entweder dazwischen schneiden oder es einfach behaupten, es käme gleich Werbung. Da bräuchte so einen Werbebutton. Ja. Genau. Jetzt Werbung. Das ist schön. Dann so einen alten Clip von YouTube aus den 90ern von Sat.1 oder so. Ah, ja. Aber Dennis, was haben wir denn geschaut? Wir haben Geh aufs Ganze, guck, das große Revival. Geh aufs Ganze lief das letzte Mal 2001-isch, meine ich. Ja, so ungefähr. Und auf Kabel 1, damals zuletzt. Und jetzt lief es wieder auf Sat.1, dem Ursprungssender. Und natürlich mit Jörg Drega. Der ist wiedergekommen, der ist ein bisschen geältert. Und deswegen hat man ihm noch hier einen Aufpasser, hier so ein Zivi. So ein Jungspund. Zivi heißt das. Den Namen habe ich vergessen. Daniel Buschmann. Boschmann. Boschmann. Und wir hatten, also ich weiß nicht, ich hatte ein bisschen Sorge, dass sie, weiß nicht, das übermodernisieren. Also ich musste natürlich modernisieren. Also so ein bisschen, also hä. Aber, und es ist halt jetzt eine Samstagabend, also sorry, eine Freitagabendshow und keine dauerwerbefinanzierte Sendung im Nachmittagsprogramm. Das ist so 45 Minuten. Ja, vor Abend, glaube ich. Ja, vor Abend. Aber so 45 Minuten, das mehr oder weniger nur aus Werbung bestand in Wahrheit. Also jedes Mal, wenn ein Preis kam, wurde halt ein sehr langer Werbetext vorgelesen. Und der Markname wurde dreimal erwähnt. Deswegen war es ja Dauerwerbefernsehen. Sonst hätte ich es auch nicht finanziell, hättest du das nicht finanzieren können, diese Sendung, wenn nicht die ganzen Produkte gesponsert werden. Und dafür war es dann tatsächlich sehr, sehr gut. Und also wir hatten so, also abseits der ersten zehn Minuten, wo so eigenreferenzielle Scheiße war, wie immer, bei so Revival-Shows und was Dinge wiederkommen. Dann kamen tatsächlich die ersten Deals und die erste Schacher und das erste Spiel. Und das war dann wie damals richtig gut. Genau, wir wollen jetzt auch gar nicht groß drauf eingehen, wie das funktioniert und was da gemacht wurde und so. Wir wollen einfach nur sagen, dass wir das echt schön fanden. Also es war ein bisschen zu lang, ist jetzt eine Abendshow, ja, vorher war es immer so 18 Uhr oder so lief das, 17.45 Uhr, keine Ahnung. Und jetzt halt 20.15 Uhr, es ging bis 22.30 Uhr, also es war echt lang. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin eingeschlafen irgendwann auf dem Sofa, aber auch wieder aufgewacht. Das war aber, das hatte echt, also Jörg Dreger ist jetzt über 70, 76 Jahre alt. Und das hat man schon ein bisschen gemerkt, dass er halt ein bisschen älter ist, aber nicht dolle gemerkt, fand ich. Man hat es nicht dolle gemerkt, er ist geistig ziemlich fit und auch noch ziemlich schnell. Ich glaube, das ist eher so, dass er das halt fast 20 Jahre nicht gemacht hat, dass sie ihn so ein bisschen hat einrosten lassen. Und ich freue mich tatsächlich auf die beiden zwei weiteren Sendungen, die davon aufgezeichnet worden sind. Das ist ein bisschen jetzt, jetzt reden wir schon das zweite Mal über so Revival-Sendungen nach Wetten, dass jetzt auch das hier noch. Haben wir eigentlich über Wetten, dass geredet? Ich weiß gar nicht. Wir haben das nur zusammen geguckt. Ja, ist alles schlimm. Ja, aber es ist das nächste Ding der 90er Jahre, was wiederkommt. Es ist halt so ein Gefühl, dass gerade sehr viel mit so Abstand so Dinge wiederkommen, wo man auch nicht ganz weiß, ob so ganz alles so gut ist. Aber das ist eins der guten Dinge. Ja, vor allem, wenn man das vergleicht mit den restlichen Sendungen, die so im Fernsehen laufen, ist das einfach echt gut. Und es ist echt unterhaltsam, man hat echte Menschen, die da mitspielen, die da im Publikum sitzen. Es wird einfach viel rumgequatscht und gesabbelt miteinander. Und dann gibt es halt irgendwie, manchmal gewinnen Leute, manchmal verlieren die und die sind, die Gier quillt aus den Augen raus. Und dann gibt es auch den Zonk, das ist auch ein bisschen Genugtuung. Sehr, sehr angenehm. Kai, kennst du Gier aufs Ganze überhaupt? Ich kenne das Konzept der Sendung. Ich habe es früher nie gesehen, einfach weil ich zu jung dafür bin, war. Also ich kenne das Spielkonzept sozusagen, aber ich habe es selbst nie gesehen, nur mal so ausschnittsweise. Ich finde aber, weil du gerade gesagt hattest, dieses Revival von den ganzen Sendungen, ich finde, andersrum müsste es auch Sendungen geben, die man einfach einstampft, weil sie einfach nicht mehr halten. Wie zum Beispiel Verstehen Sie Spaß? Das hat sich auch überlebt, so richtig. Das trägt einfach nicht mehr. Die haben auch seit, keine Ahnung, 15 Jahren oder so diese gleichen Lockvögel, wo man sich dann auch irgendwie denkt, die werden von nie jemandem erkannt, alles klar. Wer moderiert das denn? Immer noch der Kanz? Ich habe gerade nachgeschaut, Kanz noch dieses Jahr und ab nächstem Jahr dann Barbara Schöneberger. Also Barbara Schöneberger in allen Ehren, aber ach. Die macht mir dann, Verstehen Sie Spaß, kaputt. Das war so eine schöne Sendung und jetzt kommt die Schöneberger. Nee, das war schon beim Kanz auch schon nicht mehr geil. Ja, das stimmt. So, genau. Und da sitzen halt auch dummerweise hier bei Verstehen Sie Spaß, sitzen auch nur irgendwie diese, auch nur das, die Promis sind auch nur aus der ARD selber. Also sind halt immer solche Tatortspieler oder Fernsehspielen, Schauspieler. Ja, furchtbar. Das ist halt einfach nicht, das ist einfach nicht frech genug, würde ich sagen, für die heutige Zeit. Ja, manchmal ist es auch einfach, keine Ahnung, so schlimm, dass man, also ne, man fragt sich dann immer, ist das jetzt wirklich echt? Und manchmal ist es dann auch so, dass man sich jetzt eigentlich irgendwie nicht vorstellen kann, dass sie das jetzt wirklich machen. Weil, keine Ahnung, ne, wenn irgendwie Leute, weiß nicht, stundenlang aufgehalten werden beispielsweise, dann, weil die irgendwie gerade im Beruf sind oder so, dann denkt man sich auch, na okay, das ist jetzt wahrscheinlich eher abgesprochen. Ja, ja, aber du, ja, du hast, du hast recht, das müsste tatsächlich verbannt werden, bin ich auch voll dabei, aber tu doch dir und uns mal den Gefallen und schau nächsten Freitag oder wann die nächste Folge kommt, ich glaube ja. Einfach mal, geh aufs Ganze, das macht wirklich Spaß. Das Publikum ist tatsächlich noch genauso, wie es vor 20 Jahren auch war, alles so mittelalte, etwas über, etwas bis sehr stark übergewichtige Allmanns. Es ist wenig divers. Wirklich, also es sind, also du sagst jetzt übergewichtig, weil es wirklich ein so bedeutender Teil des Publikums ist, dass es nennenswert ist. Also ich möchte nicht sagen, es sticht ins Auge, aber es sticht total ins Auge. Ja, ich werde mal eine Folge schauen und dann mal, vielleicht haben sie das Publikum dann ja in der zweiten Folge schon ausgetauscht oder so. Hoffentlich. Nee, aber es war, äh. Oder, oder wie Dennis, oder wie Dennis an einer Stelle kommentiert hat, geil, fette Menschen bekommen Produkte für sportliche Menschen. Ja, weil der erste Preis war irgendwie so ein Campinggutschein für 5000 Ocken und dann der zweite Preis war so ein E-Fahrrad mit so einem Wohnanhänger. Und die haben gewonnen so zwei, also die Frau war halt etwas, die war halt, war vollkommen okay, aber der Mann war halt ründlicher, guckte auch etwas dümmlicher aus der Wäsche, kam auch noch. Also man hat den halt schon angesehen, die haben daran auf jeden Fall keinen Spaß. Genau, die haben wahrscheinlich auch noch nie Fahrrad so richtig gefahren und jetzt noch ein Elektrofahrrad mit so einem Wohnanhänger. Aber, naja, aber kann man ja verkaufen für Geld, ist ja alles okay. Gut, dass das nicht mein Podcast ist. Wer soll denn mich canceln? Ja, gut. Nee, also ich schalte nächstes Mal wieder ein, das wollte ich sagen. Ja, das steht ja außer Frage. Ich glaube, wir kommen dann, jetzt schwenken wir über und beziehen endlich mal Kai mehr, Dr. Kaiko Basta mehr in die Sendung hinein. Das ist leider ein bisschen, sind noch sehr, sehr kurzfristig Themen dazugekommen, auf die er sich nicht vorbereiten konnte. Das geht voll auf Dennis Kappe. Und ich habe mich ja versehentlich nicht entmutet, das kommt auch noch dazu. Ja, stimmt, das kommt auch noch dazu. Dennis, spiel doch mal den Jingle. Denn jetzt kommen wir zum Das Anycast-Getränk der Woche. Grammatikalisch nicht ganz richtig, aber das Getränk der Woche. Genau, ich fand nämlich, euch fehlen wöchentliche Kategorien und hiermit schenke ich euch eine. Ihr könnt jetzt also gerne wöchentlich oder vielleicht auch nicht ganz so häufig ein Getränk vorstellen. Mit diesem tollen Jingle. Dankeschön, Kai. Das ist doch nett, oder? Erstmal vielen, vielen lieben Dank. Das ist eine tolle Idee und es ist auch ein, es ist auch ein tolles Getränk, also eine tolle Kategorie. Ja, eigentlich schon. Man hat nämlich häufiger mal ein Getränk, das man noch nicht kennt oder das man vielleicht wiedergefunden hat. Ich habe nämlich endlich in deutschen Supermärkten, um genau zu sein, in einem den Lipton Sparkling Icedee gefunden. Ich bin grundsätzlich eher ein Freund von, also wenn es um süße Getränke geht, bin ich eher ein Freund von kohlensäurehaltigem. Deswegen habe ich auch immer so mein Problem mit diesem schlimmen Pfirsich-Eistee, den man so klassischerweise kennt oder auch anderem Eistee ohne kohlensäure. Und dann hatte ich letztes Jahr, genau, letztes Jahr im Urlaub in den Niederlanden, war ich total entzückt. Im gelobten Land für Getränke. Im gelobten Getränke-Essensland eher nicht so sehr, außer man mag ausschließlich Pommes. Und Frikandeln und Kroketten, Bitterballen und Fleischkroketten. Es gibt aber auch noch Curly Fries und Süßkartoffelpommes und so, das ist ja nicht alles. Genau, und da gab es dann tatsächlich überall diesen Sparkling Icedee und sie hatten da auch, also das wird da irgendwie krasser vermarktet so auch, also die haben auch eigene Gläser so mit eigenem Aufdruck. Und diese Glasform erinnert so ein bisschen an etwas höhere Berliner Weiße Gläser beispielsweise. Also mit so richtigem Aufdruck und dann gibt es immer noch so ein Plastikteil, wo man so eine Zitronen- oder Orangenscheibe einklemmt und das wird dann da auch noch so reingelegt ins Glas quasi. Und genau, da habe ich dann also entdeckt, dass mir Lipton-Eistee durchaus schmeckt, wenn da noch ein bisschen Kohlensäure drin ist und das kann ich auch empfehlen. Das gibt es gerade, ich glaube ausschließlich leider in Dosen zu kaufen, vielleicht haben sie das auch mal in anderer Form, aber große Empfehlung an dieser Stelle. Ich sehe gerade, es gibt erstens, wenn du darauf, weil wir gerade beim Thema Israel noch waren, es gibt Sodastream Lipton-Eistee für sich Sirup und Zitronen-Sirup, das heißt du kannst ja auch selber den Sparkling machen. Ah, aber diese Sirup, also findest du das gut denn? Ja, ich bin ein bisschen Sirup-kritisch, um ehrlich zu sein. Ja, ja, ich auch. Also es ist halt, das ist nicht immer geil, aber du könntest es damit zumindest mal probieren. Ich hatte von meinem Getränk nämlich auch mal einen Sirup und das war mega ekelhaft, das sage ich mal so schon. Mir fällt gerade ein, es war mal ein Freund bei mir und ich habe dazu aufgerufen, also Snacks habe ich da, bitte bringt Getränke mit. Was bringt er mit? Er bringt einen Sirup mit für einen Sodastream und es war glaube ich auch Eistee. Ach nee, Moment, nee, falsch. Es war Sirup, aber nicht für einen Sodastream. Es war einfach nur so Getränkesirup, aber Eistee. Nee, das war irgendwie eins von Lidl oder so und das hat echt, das hat echt nicht gut geschmeckt. Das war so ein bisschen Krümeltee-artig in Sirupform. Kann ich nicht empfehlen. Achso, so No-Name-Eistee-Sirup. Das kann schon geil sein. Da fallen gerade auch die Flaschen runter. Vom nächsten Getränk nämlich? Ja, das war Schwippschwapp ohne Zucker. Die Cola-Orange-Limonade aus dem Hause Pepsi-Cola. Schwippschwapp? Das trinke ich... Ja, aber das, sorry, erzähl mal. Das trinke ich tatsächlich ganz gerne. Das trinke ich, also Schwippschwapp Zero heißt es mittlerweile. Das trinke ich tatsächlich ganz gerne und davon hatte ich auch irgendwann mal den Sirup für einen Sodastream und das schmeckte ekelhaft. Also das, denn Pepsi gibt es und also Seven Up und Schwippschwapp und so gibt es und Miranda gibt es seit einigen Jahren auch als Sirup extra für Sodastream vermarktet und das schmeckt einfach scheiße. Das ist einfach mega ekelhaft und ich frage mich generell, ob diese Sodastream-Sirups überhaupt gut schmecken können oder ob die einfach alle ekelhaft sind. Habt ihr schon mal einen guten gehabt? Nee, ich hab ehrlich gesagt noch nicht so viele probiert, aber ich hab auch das Vorurteil, dass es da keine sonderlich guten gibt. Und was ist mit, was ist mit Tritop das Original? Nie probiert. Ich auch nicht. Ich glaub ich auch nicht, ja. Bei Schwippschwapp irritiert mich ja immer, dass es eigentlich mit jeweils nur einem P geschrieben wird, ne? Also eigentlich müsste es Schwiebschwapp ausgesprochen werden. Stimmt, es wird nur mit einem P geschrieben. Ich hab's hier im Vorbereitungspad mit zwei P geschrieben, das muss ich direkt korrigieren. Ah, es ist halt ein Getränk für bildungsferne Fichten. Naja, egal. Oder für Schwaben. Schwiebschwaben. Aber sag mal, Dennis, du wolltest gerade über Schwippschwapp herziehen. Ja, ich sag ja, für bildungsferne Fichten. Der Connoisseur trinkt natürlich, ähm... Trinkt alles von der Coca-Cola Company. Nein, trinkt natürlich, äh... Paulana Spezi. Richtig, so. Und zwar nur Paulana Spezi. Das andere Spezi ist, äh, des Teufels. Ja, du hast recht. Also Coca-Cola Company muss man jetzt nicht wirklich noch weiter unterstützen. Was ist denn eigentlich dein Getränk der Woche? Nee, warte mal, aber ganz kurz. Also bei den Sirupen. Und zwar in Polen gibt es eine deutlich krassere Sirup-Kultur, auch in anderen Ländern. Ist mit Knorpel, Dennis. Ist mit Knorpel. Knorpelgeschmack. Also du hast da Sirup und zum Beispiel, du kannst da auch Sirup zum Beispiel in so fünf Eimer, fünf Liter Kanistern kaufen mit so Pumpding-Sirup in. Ganz normal im Supermarkt. Das erinnert mich ein wenig an meinen ersten und bislang einzigen Besuch im Don-Xuan-Center. Don-Xuan-Center. Ja, das ist ähnlich vermutlich. Da war ich noch nie. Oh, musst du hin? Ernsthaft? Das ist sehr, also einerseits kriegt man da alles. Das ist sehr schön. Andererseits ist es auch einfach ein nettes kulturelles Erlebnis. Um das so mal zu finden. Wollen wir da einfach mal hingehen und das Aufnahmegerät mitnehmen? Können wir mal machen. Aber nee, Pump-Sirup gibt es in Polen sehr beliebt. Ich komme ja übrigens ursprünglich von Mezzomix. Das ist auch nach wie vor mit Zucker mag ich das lieber von Cola Mezzomix als Schwibschwab. Ohne Zucker ist es lustigerweise andersrum. Aber ich versuche halt das ohne Zucker zu nehmen, weil dann schiebt man sich mit so einer Flasche gleich wieder. Und ich bin eh schon so fett geworden. Und Paulana Spezi aber tatsächlich. Wenn mit Zucker, dann Paulana Spezi. Da gebe ich dir recht. Ist das Beste. Ja. Aber was trinkst du denn jetzt, Dennis? Ich trinke gerade nichts, aber ich habe in Israel ein Getränk getrunken, Callback. Und zwar Coke Zero Himbeere. Und das hört sich genauso eklig an, wie man es sich vorstellt, tatsächlich. Es ist halt diesen sehr künstlichen Himbeergeschmack in Coke Zero und zwar mit der neuen Rezeptur. Also Coke Zero und ekelhaft mit ekelhaften Himbeersirup. Das ist Coke Zero Himbeere. Ich bin ja mittlerweile tatsächlich auf Pepsi Max umgestiegen. Einerseits aus Protest, einerseits hat es mir tatsächlich auch besser schmeckt. Weil ich diesen zweiten Rezepturwechsel von Coke Zero wirklich hasse. Weil die versuchen, an den Mainstream sich noch mehr ranzuwanzen damit. Dennis, Coca-Cola muss sich nicht an den Mainstream ranwanzen. Die Scheiße sind ja scheinbar nicht losgeworden. Sonst müssten sie die Rezeptur ja nicht ändern. Die Flaschen sehen aber besser aus. Das ist mir egal. Vor allem das Schlimmste, was ich jetzt heute im Rewe gesehen habe. Coke Zero Zimt. Scheiß Weihnachts-Edition ist wieder da. Ich vermute fast, dass mir das sogar schmecken würde. Auch wenn es echt fies klingt. Aber ich bin ja auch ein Fan von Wintermarte. Oh, gibt es eigentlich schon Wintermarte? Oh, gute Frage. Hatte ich lange nicht mehr. Wintermarte war immer ganz geil eigentlich. Müsste es jetzt langsam wieder geben. Hätte ich das als Getränk der Woche nehmen können. Naja, egal. Cola Glühfix würde ich gerne als nächstes trinken. Und weil ihr beide auch Getränke ohne Zucker genannt habt, den Sparkling-Eistee gibt es natürlich auch in der Variante ohne Zucker. Das heißt, es ist ein Siruch wie immer. Ja, irgendwie sowas. Naja, das war doch mal ein ganz gutes erstes Mal für diese Rubrik, würde ich sagen. Ja, denn das war das Anycast-Getränk der Woche. Sehr schön. So Kai, du willst ja kulinarisch jetzt bleiben. Was ist jetzt das nächste Thema? Ja, so ein bisschen kulinarisch. Erstmal soll es natürlich in euren Podcast gehen. Wir haben ja vor, ich glaube, zwei Episoden oder drei. Achso, jetzt kommen die Bewertungen. Die Bewertungen. Ja, du kommst nicht drumrum, ne? Ah, ich hatte gehofft, dass wir das nächste Thema ansprechen. Wir hatten ja kürzlich über die Performance eures Podcasts gerätselt und dazu aufgerufen, dass die HörerInnen doch mal bitte euren Podcast bewerten mögen. Folge 118 war das. Folge 118 war das. Ja, die legendäre und Jubiläumsausgabe. Genau. Und da kamen jetzt ja schon ein paar Bewertungen rein. Und ich habe zusätzlich auch noch mal so ein bisschen mit ein paar HörerInnen geredet, was die so davon halten. Und ja, das würde ich jetzt mal gerne mit euch durchgehen. Und vielleicht lernt ihr ja was dazu für die Zukunft. Das wäre ja auch in eurem Interesse. Ihr möchtet ja auch irgendwann mal wirklich davon leben können und den Kredit abzahlen, den ihr von eurer Familie genommen habt. Ja. Genau. Meine Mutter bezahlt auch derzeit das Essen für meine Kinder. Das nimmt dich emotional auch sehr mit, oder? Das Lustige ist, er sagt, ich verhalte die Kohle für Urlaube. Ja, da kannst du dir ja selbst mal die Frage stellen, ob das so klug ist. Ich sage mal, ihr seid dann nicht nur finanziell pleite, sondern auch persönlich. Tja, bei der Vertragsunterschrift nicht aufgepasst. Also, die Bewertung, ja. Oder willst du noch was sagen, Rinke? Hilfst du uns dann später auch bei der Kalkulation? Das ist ja echt, also das machen wir ja, wir kalkulieren ja gar nicht. Wie, ihr kalkuliert nicht? Nee, also wir haben uns geguckt, welche Preise die anderen Podcasts so um uns herum nehmen. Und wir dachten, wir können ja nicht teurer sein als die, sonst kommt ja keiner zu uns. Ja, aber es gibt doch einen Grund, weshalb es euren Vorgänger nicht so lange gehalten hat wie euch. Und jetzt habt ihr, ihr habt die Probleme bekommen ja jetzt nicht plötzlich einfach so. Das hat ja einen Grund. Naja, also, ihr habt unterschiedliche Kommentare bekommen und die waren gar nicht alle so sehr schlecht. Es gibt ja so den einen oder anderen, der, wo eine Bewertung vielleicht heraussticht. Hier zum Beispiel eine Hörerin, die wir jetzt allerdings erstmal, die möchte lieber anonym bleiben. Die hat zwar bei Hörgenuss eine Eins gegeben, aber dann bei Ambiente Vier. Weißt du warum? Wir sind bei Schulnoten. Naja, wenn ich mich hier mal in eurem Podcast so ein bisschen umhöre, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das sollte euch vielleicht auch selbst auffallen, wenn ihr nicht ganz betriebsblind seid. Weshalb da ein Vier, weshalb eine Vier als Ambiente da so reinkommt. Ich meine, es geht ja auch um eine Hörerin, Männer haben bei Ambiente eher eine bessere Note gegeben. Das sollte ja vielleicht auch mal zu denken geben. Sollten wir vielleicht unsere Episoden auch ab und zu mal rosa färben? Naja, das sollte eben alles zu eurem Theme passen und zu eurem Motto, das ihr euch selbst geben möchtet. Da komme ich aber gleich auch noch dazu. So, und ein Kommentar oder eine Bewertung hat es wirklich komplett runtergezogen und da kam wirklich euer Podcast ganz schlecht an. Also wir hatten hier Schulnoten, da gab es bei Rubrikenangebot eine Fünf, Hörgenuss, Fünf Minus, Preis, Leistung sogar Sechs. Da muss man sich auch von der Kalkulation, wie eben gesagt, nochmal fragen, was dabei denn überhaupt rumkommen soll. Ambiente Vier Minus, Service wieder Sechs. Also wirklich, da war jemand überhaupt nicht zufrieden. Ja, okay, er kam aus der Schweiz, das hat ja jetzt glaube ich nichts mit zu tun, aber das, ne, einfach alles komplett runter. Da kann irgendwas nicht stimmen und da muss ich euch auch ganz ehrlich fragen, habt ihr das jetzt die Jahre davor nicht bemerkt oder was, wie denkt ihr euch das so? Also wir versuchen eigentlich immer die Hörerinnen und Hörer zufriedenzustellen. Wir sind also immer wenn, und die Leute, die hier waren, die haben auch immer gesagt, denen schmeckt's. Ja, aber, ne, da muss ich mich als Fünf-Sterne-Podcaster ja auch ganz ehrlich fragen, wenn denen alles schmeckt, ne, dann gut, dann kann man jetzt wirklich komplett ohne jegliches Selbstvertrauen irgendwelche Podcasts aufnehmen, aber ich muss ja auch ein bisschen an euren Berufsethos hier appellieren. Ja, aber dafür gibt's das Publikum hier doch gar nicht in der Umgebung. Naja, das muss man sich dann eben, ihr seid, ihr habt ja doch eine gute Lage. Hier kommen ständig Hörer vorbei, Potenzielle, die einfach mal einschalten würden und die muss man dann ja auch einfach ein bisschen packen. Ich hab mich hier auch mal in der Nähe ein bisschen umgeschaut und hab nochmal Stimmen eingesammelt, ne, und die haben mir dann Folgendes gesagt. Eine mal zum Beispiel, wer ist Michael Thürnau? Ja, kommt einfach nicht an. Eine andere Person hat gesagt, mir fehlen Heimat, Recht, Bahn und Moral. Hier hat noch ein Hörer gesagt, es sollte mehr so sein wie der Kai-Cast. Ja, muss man sich vielleicht auch mal überlegen. Dann kam hier noch was, bei der Schnupfensendung musste ich mehrmals würgen. War auch eine Reaktion. Oder dann auch wünschen, ne. Hier wünscht sich zum Beispiel jemand mehr True-Crime- und Sex-Tipps, am besten beides. Und dann hat noch einer gesagt, das waren doch die Lottozahlen von letzter Woche. Also es gibt schon durchaus negative Stimmen. Und ich glaube, wenn ihr die die letzten Jahre einfach nicht komplett ignoriert hättet, dann würde hier einiges anders laufen. Ja, das muss man einfach so sagen. Aber das liegt auch am Service. Also wir hinten in der Küche, wir sehen das ja auch nicht, wir arbeiten uns hier den Arsch ab, aber im Service, das repräsentiert ja auch den Podcast. Dann frage ich mich aber, gut, Service hat eine Sex bekommen, als Note, klar, aber Preis-Leistung auch. Irgendwas kann da ja nicht stimmen. Ich glaube, es ist das Schweizer Schulnotensystem. Nee, ich meine, klar, die sind da alle irgendwie ganz komisch neutral in der Schweiz, aber daran liegt es, denke ich, nicht. Also ich habe auf jeden Fall noch einige Tipps, wie ihr das vielleicht noch ein bisschen verbessern könnt. Was bestimmt immer gut kommt, sind so lustige Geräusche, die ihr einspielen könnt, ne, so Furzgeräusche und sowas. Das kommt, glaube ich, immer ganz gut. Hast du da was mitgebracht, was du uns mal zeigen kannst, vielleicht, damit wir das ... Wie jetzt? Das habe ich euch doch als Hausaufgabe aufgegeben. Habt ihr das jetzt nicht gemacht? Also wir haben hier bis gestern Nacht noch um drei noch geputzt und dann wussten wir ja auch, dass du heute Morgen um neun schon wieder da ... Also wir mussten dann ja auch noch schlafen und die Kinder mussten auch zur Schule ... Es ist jetzt halb acht morgens und ihr habt eure Hausaufgabe nicht erledigt. Das finde ich jetzt, ja, das finde ich einfach schade, ne. Ich bin hier extra da, ne. Ich meine, das kostet ja auch alles, ne. Also ich finde es jetzt schade, dass ihr meinen Einsatz hier nicht richtig zu würdigen wisst. Wir haben ja auch noch sehr lange mit dem Innenausstatter gesprochen. Ja, der Innenausstatter, der Innenausstatter. Ich meine, der ist ja auch Teil vom Team, ne. Der hat da schon Ahnung. Das ist jetzt auch nicht seine Schuld, ne. Und das aufs Service zu schieben, ich meine, es ist euer Podcast. Der gehört euch. Ihr seid die Chefs hier. Ihr müsst das alles verantworten, ne. Und das aufs Team, auf den Service oder so zu schieben, das finde ich jetzt ehrlich gesagt echt schwach. Auch menschlich. Gut. Dann, ich habe jetzt aber auch was für euch gemacht, ne. Ich bin ja Fünf-Sterne-Podcaster und ich habe mir gedacht, ich bringe euch einfach ein paar Jingles mit. Einen haben wir eben schon gehört. Und in der restlichen Sendung habe ich dann euch auch ein bisschen was mitgebracht. Und da wir am Ende auch noch ein weiteres Test hören, beziehungsweise das ist ja das zweite Test hören und die HörerInnen können dann am Ende nochmal die Sendung neu bewerten. Vielleicht kommt dann ja ein bisschen mehr rum, wenn ihr auch mehr Jingles habt, ne. Weil Jingles sind das A und O beim Podcast. Das weiß eigentlich jeder. Und ihr mit jetzt irgendwie knapp zehn Jahren Erfahrung, glaube ich, müsstet ihr das mittlerweile auch wissen. Ja, also ich habe mal ein Coaching auch bekommen, auch von dir. Da war ich, da kannten wir uns so noch nicht, aber da war ich bei einem Coaching gewesen und da hast du Leute gecoacht und ich war auch da. Ich war einer von den zehn. Das war so ein Wochenend-Coaching und da hast du auch schon, da kann ich mich erinnern, hast du gesagt, ich weiß nicht, wie man das macht. Ich habe das nicht gelernt in meiner Ausbildung im Hotel, aber du hast auch da immer gesagt, Jingles sind das Salz oder Suppe. Sie sind der Weißwein, der jeden Soßenansatz ablöscht. Sie sind Schmackofatz, daran kann ich mich erinnern. Schmackofatz, genau. Und Schmackofatz ist das, was eurem Podcast fehlt. Eurem Podcast fehlt Schmackofatz. Es kam auch noch das Feedback rein, dass es so ein bisschen unsynchron alles wirkt. Also die Reaktionen dauern ein bisschen zu lange und wisst ihr, woran das liegen könnte? Habt ihr vor der Aufnahme denn geklatscht, um die Spuren dann zu synchronisieren? Habt ihr natürlich nicht gemacht, ne? Nee. Also Entschuldigung, aber mit so was, mit Spuren, mit so was arbeiten wir nicht. Das ist was, also das gibt's vielleicht. Na gut, dann fang. Du bist doch auch aus Schöneberg weggezogen. Gut, dann fangen wir jetzt aber mit Spuren an. Ab jetzt machen wir eine Spur und ich möchte euch jetzt bitten, dass wir alle synchron klatschen, damit man das dann alles wieder gerade ziehen kann im Schnitt. Gut, also eins, zwei, drei. Sehr gut. Das benutzen wir dann im Schnitt danach. Sehr schön. Ja, dann hoffe ich, dass die restliche Sendung ein bisschen schneller abläuft und ein bisschen mehr Schmackofatz, ein bisschen mehr Würze drin ist und Jingles runden dann am Ende noch alles ab. Und dann hoffe ich, dass das zweite Testessen besser ausfällt, wenn ihr euch wirklich ein bisschen, das Testhören besser ausfällt, wenn ihr euch ein bisschen anstrengt. Danke, Frank. Danke, Frank. Apropos Frank. Ja. Wir haben da, glaube ich, noch ein Thema. Nämlich? Nämlich. So, und jetzt sollte der Jingle kommen, den ihr erstellen solltet. Haben wir nicht. Leute, gut, wir arbeiten jetzt ohne, aber am Ende des Testhörens muss wirklich noch einer kommen. Gut, Fernsehköche und ihre Shows haben wir als nächstes Thema uns auferlegt. Guckt ihr wirklich diese Scheiße im Fernsehen? Es kommt drauf an, was. Ich glaube, man sollte auch am Anfang nochmal erklären, es gibt ja so zwei unterschiedliche Arten von Fernseh-Kochshows, ne? Also das einmal ist so die klassische Kochshow, wo in der Regel im Studio gekocht wird oder auch mal bei irgendwie Leuten zu Hause oder so. Und das andere sind dann die so... Oder halt Rainer Sass für den NDR. Wer ist denn Rainer Sass? Oh mein Gott. Den kenne ich jetzt nicht. Der kocht ja immer das und dann Sonntag, das hat auch so Kochreisesendungen. Okay, gerade das Bild gegoogelt, Gesicht kommt mir bekannt vor. Und ich glaube, der ist eigentlich gelernter Versicherungs... Oder der ist sogar Versicherungsmakler, Vertreter, irgendwie sowas, Versicherungskaufmann, aber kocht nebenher schon seit 30 Jahren für den NDR. Sagt mir tatsächlich nichts, aber ich bin bei diesen Kochshows auch eher im Privatfernsehen verhaftet. Genau, und neben diesen normalen Kochsendungen gibt es dann natürlich noch diese Reality Shows, wo es auch eigentlich immer darum geht, dass es irgendeinem Restaurant finanziell sehr schlecht geht und dann ein oder mehrere Profiköche, Profi-Fernsehköche kommen müssen, um das noch irgendwie im letzten Augenblick zu retten. Und dann googelt man die Namen der Restaurants und dann stellt sich heraus, sehr kurz nach der Sendung sind sie dann trotzdem pleite gegangen. Das ist dann so in der Regel das Ende davon. Das ist richtig, ja. Und Dennis, du bist doch aber auch, warte mal, das große Backen, da bist du doch auch großer Fan. Ich gucke das nicht regelmäßig, weil ich das immer Sonntagnachmittags oder Sonntag, das ist ja 19 Uhr Sonntags. Es ist nicht so die Zeit, wo ich dann raffe, dass da was im Fernsehen läuft und ich noch nicht so der richtige On-Demand-Mensch bin. Aber wenn ich es dann zufällig mal sehe, dann finde ich das geil. Aber es ist auch nur das große Backen, weil Moderatoren, das Ambiente, die Szenerie, es wird keiner rumgebrüllt, alle werden fair behandelt, alle sind happy, es ist ein schönes Thema. Mir würden da irgendwie die persönlichen Konflikte fehlen. Das ist ja so, das ist zu holzum gemacht. Ja, genau, das ist Sonntag, 19 Uhr Fernsehen, das braucht man manchmal. So, nee, aber sonst, ihr habt ja so eine Liste da in diesem Pad reingeschrieben, da fehlen ja die ganzen öffentlich-rechtlichen, so dritte Programme-Kochsendungen eigentlich noch. Genau, also die Kochsendungen sind da jetzt nicht aufgeschrieben, sondern eher diese Reality-Formate. Es gibt einmal, einmal gibt es Rach der Restaurantgründer im ZDF, das war so eine Art Adaption oder ein bisschen, etwas bisschen anderes als dieser Rach der Restaurant-Tester, das war ja so eine dieser klassischen Shows und bei Rach und die Restaurantgründer wurde dann irgendwie erst mal dabei geholfen, ein Restaurant überhaupt zu gründen und irgendwie einzurichten und dass das alles so mit der Firmengründung und so weiter klappt. Da wurden also dann, bevor es quasi kaputt geht, schon mal Personen geholfen und nicht erst im Nachhinein. Das hat es dann vermutlich auch fürs ZDF überhaupt tragbar gemacht, kann ich mir vorstellen. Da kann ich mich noch erinnern, da war er auch in einem, es gibt so vom Hauptbahnhof Hannover, gibt es so eine, da kann man unten auch unterm Schwanz rausgehen, genau, unterm Schwanz langgehen und da gibt es so links und rechts so Läden und da war der in einem, ich versuche den gerade zu finden. Ja, ja, ich erinnere mich gerade. Und ich versuche den gerade zu finden, aber schweiz nicht mehr zu geben. War das so ein mexikanischer Laden, so ein Burrito-Laden oder irgendwie sowas in der Art, glaube ich, oder? War das so ein Sandwich-Laden einfach? Oder das, ja, ich habe das vor drei oder vier Jahren mal gesehen und kann mich jetzt noch daran erinnern. Ich habe das gesehen, als das ausgestrahlt wurde, also noch viel länger, ja. Also diese ganzen Sendungen konsumiere ich eh nur im Internet grundsätzlich, ich schaue das nicht live im Fernsehen. Von 2015 ist sie. Genau, Burrito-Restaurant, ja. Ah, kannst du mal sehen. Burrito Rico. Und gibt es die jetzt noch? Oder? Burrito Rico Hannover. Warte mal, nee, Burrito Rico, das war das nicht. Das war dieses Love-It-Healthy, glaube ich, gesundes Fast-Food-To-Go. Das wollten die machen. Noch geöffnet? Teilweise. Ja gut, Corona, ne? Burrito Rico. Noch? Ach so, ja lustig, das ist wirklich in Wikipedia vermerkt, ob die noch geöffnet sind. Das ist aber nicht bei, das sollten sie wirklich mal bei diesen ganzen Reality-Formaten machen. Bei jedem Restaurant, in jeder Episode. Das wäre, das wäre, das wäre richtig interessant, das finde ich sehr cool. Nee, in Hannover war das dieses Love-It-Healthy, genau. Und das hat die 2018, äh, ist es geschlossen worden. Sie konzentriert sich auf das Café-Restaurant Lieb.es in der Nordstadt. Wirklich? Ja. Da war ich mal. Es kann sein, Dennis, dass du da dabei warst. Nein. Da hatte ich einen der besten veganen Burger jemals. Moment mal, wie heißt der Laden nochmal? Lieb.es. Lieb.es. Ich glaube, da warst du auch dabei, Dennis, in Hannover. Ich gucke nochmal kurz. Was macht man in Hannover? Da wollten wir dann, da waren wir auch so in einer Veranstaltung, sage ich mal. Im Oktober zufälligerweise? Ja. Mitte Oktober waren wir da. Und im nächsten Jahr, ich weiß nicht. Jetzt letzten Monat oder letztes Jahr? Nein, vor, weiß nicht, 2017, 2018 oder so. Das ist ein richtig geiler Laden. Das war total lecker, ja. Nein. Da wollten wir dann am Jahr darauf nochmal hin und das hatte dann irgendwie, keine Ahnung, keine Tische oder irgendwas dazu oder so. Ja, irgendwie sowas. Aber da waren wir mal drin und es war sehr gut. Ja. Das ist ja lustig. Das ist ja tatsächlich lustig. Dann liegt es also auf jeden Fall nicht am kulinarischen, dass das andere Restaurant sich nicht gehalten hat. Ja, also ich muss mal sagen, ich gucke tatsächlich beides. Also ich gucke sowohl Kochsendungen als auch diese Reality-Shows, wobei sich natürlich mein Konsumverhalten da auch stark ins Internet verlagert hat. Das ist ja gar keine Frage. Und geht auch so weit, dass ich von diesen klassischen Kochsendungen oder Backsendungen da tatsächlich dann eher fast schon weg bin und, da hatten wir auch schon hier öfter mal thematisiert, dann so Koch-YouTube-Kanäle mir anschaue von mehr oder weniger sympathischen Menschen. Häufig weniger sympathischen Menschen, aber manchmal auch mehr. Gibt es wirklich sympathische Fernsehköche, die in Reality-Formaten auftreten? Frag ich mich immer wieder. Die Einträgung, die du gemacht hast. Das hätte ich gesagt, Christian Rach tatsächlich mit seiner 5-Euro-Küche. Alison Brown hätte ich noch genannt. Aber er ist keine Reality-Show mittlerweile. Na, Rach, der Restaurant-Tester war aber schon so Reality-mäßig, oder? Ja, aber da war er nicht so richtig sympathisch. Und er ist erst sympathischer geworden durch seine 5-Euro-Küche. So, bei mir. Ja, zumindestens. Okay. Also, es gibt ja zum einen den Klassiker, nämlich Kitchen Nightmares oder Ramseys Kitchen Nightmares. Das ist, glaube ich, so das. Ja, aber die US- oder die UK-Variante? Es ist so das Standardwerk an Koch-Reality-Show, glaube ich. Zu Deutsch, Gordon Ramsay, Chef ohne Gnade. Die Deutschen müssen es noch schlimmer machen. Und die sind dann, glaube ich, auch wirklich synchronisiert. Das halte ich aber nicht lange aus. Genau, es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen der US- und der UK-Version. Die US-Version, da ist wirklich, das ist wirklich schlimmstes US-Reality-Fernsehen. Da ist, es gibt keinen Moment Stille, wirklich keinen. Es ist alles mit sehr effektheischenden Geräuschen unterlegt. Also, es ist alles immer total dringend oder total schlimm. Und Gebrüll. Gebrüll natürlich auch, genau. Oder ein totaler Schock. Also, du hast, auditiv hast du schon mal irgendwie keine Ruhe. Dann gibt es natürlich noch diesen total cholerischen Koch, Gordon Ramsay. Der, ne, das ist ja so dessen Ding, dass er irgendwie Leute ständig beleidigt oder ganz böse angeht. Und dann findet man das irgendwie lustig. Okay, genau, ja. Und dann gibt es die UK-Version. Und da ist alles, ich würde sagen, ein bisschen schlimmer noch als in den deutschen Ablegern, wenn man sie so nennen mag. Aber es ist deutlich entschärft. Also, es wird nicht so viel geschrien. Und es gibt nicht ständig Schockgeräusche im Hintergrund. Ja, und wahnsinnig ruhig und bedächtig fast schon. Es gibt auch so Landschaftsaufnahmen. Und man sieht ja, man sieht ihn, wie er immer so durch die Dörfer da spaziert, in denen er da ist. Genau, stimmt, ja, genau. Ach, jetzt bin ich hier so schön auf dem englischen Land. Und in den USA ist das dann immer, oh, das ist ein wirklich hässliches Haus, wo sie das Restaurant reingebaut haben. Immer an einer mehrspürigen Straße. Die Locations sind auch immer scheiße für Restaurants. Seit Jahren nicht renoviert. Und so. Genau, und dann haben wir natürlich noch die beiden wahrscheinlich bekanntesten deutschen Formate dieser Richtung. Nämlich einmal die Kochprofis und einmal Rosines Restaurants. Und die Kochprofis gibt es, glaube ich, schon länger, oder? Ja, also schon fünf Jahre mindestens. 2005. Genau, die gibt es auf RTL 2. Krass, ja, 2005 sogar. Ja, ja. Und aufgehört 2019. Stimmt, ja, 2019 aufgehört. Und publizieren aber noch weiterhin Videos auf YouTube. Ähnlich wie Rosines Restaurants ja die ganze Zeit YouTube befeuert. Ja. Und sie haben da auch, sie haben da auch mittlerweile, weiß nicht, ob sie die gleiche Redaktion im Hintergrund haben, weil die benutzen dann so ständig Emojis im Titel. So Wein-Emojis, wenn was ganz traurig ist oder wenn jemand wütend ist oder wenn jemand geschockt ist über irgendwas, dann wird das jetzt alles sehr ähnlich aufbereitet. Das ist ja, also Kochprofis ist von RTL 2, Rosines Restaurants von RTL, nee, Quatsch, ach nee, von Kabel 1 ist ja, stimmt, nee. Aber sie haben auf jeden Fall sehr ähnliche Social Media Teams, möchte ich es mal meinen. Wobei es bei Kochprofis die witzige Eigenheit gibt, ich weiß nicht, ob das noch immer so ist, aber die Versionen, die sie auf YouTube laden, haben keine GEMA-Musik. Das war wohl irgendwie ein Problem. Und dann haben sie so aus, ich weiß nicht, so freien Soundbibliotheken oder Musikbibliotheken vielmehr, Musik runtergelegt, aber jetzt nicht so perfekt, wie es halt die Originalmusik gepasst hätte. Und deswegen hast du dann ständig so ganz komische Übergänge und krasse Schnitte und sowas und das passt alles nicht so gut. Ich sehe das gerade, da steht ja wirklich bei Rosines Restaurants auf der YouTube-Page täglich um 16 Uhr, wird da jeden Tag ein scheiß Video rausgeballert. Ja, teilweise, also zur Hälfte sind das jetzt irgendwie auch neue Folgen. Die Thumbnails auch noch. Ja, genau. Und der andere Teil sind dann eher ältere Produktionen. Also bei den Neuen war es immer ein bisschen unterschiedlich während Corona. Manchmal konnten sie rein, manchmal war es dann so, dass, also in der Regel war es dann so, dass sie die Gäste auch draußen bewirten mussten. Oder wenn es eh so ein Imbiss war, dann hat man sich irgendwie draußen auf eine Bank oder so gesetzt oder hat auch manchmal zum Mitnehmen bestellt. Das war dann irgendwie immer so ein bisschen unterschiedlich. Zum Mitnehmen war zum Beispiel auch in der Aurichs Episode. Ja, das stimmt, ja. Und ist das so, also war das auch nicht so, als wir als Rosines Restaurants in Setzgitter waren, war das mehrere Meldungen in der lokalen Zeitung wert? Das war, lokale Berichterstattung ist da immer garantiert. Das ist auch noch ganz lustig, nämlich wenn man Restaurantnamen googelt, die da drin vorkamen, dann findet man in der Regel mindestens einen Artikel, oder nein, mindestens zwei Artikel, einer davon, dass sie eben während der Produktion oder kurz danach berichten, dass das Restaurant hier einfach im Fernsehen war. Und dann kurz darauf noch einen, wo dann der Gastwirt oder die Gastwirtin davon berichten, dass da alles gestellt war und dass es, also nicht alles gestellt, aber dass es alles übertrieben war und sie wurden jetzt in ganz schlechtes Licht gerückt und so und sie finden das alles gar nicht mehr so toll, was sie da gemacht haben. Aus dem Zusammenhang gerissen und ... Genau. Wir können ja aber erstmal, wir können glaube ich nochmal kurz inhaltlich überhaupt auf dieses Format eingehen. Also es gibt irgendwo ein Restaurant in Deutschland, weiß nicht, ob sie auch mal in Österreich waren, aber ich glaube, es bezieht sich nur auf Deutschland. Und dem geht es nicht gut und ich weiß nicht genau, ob sich die Restaurants dann wirklich da bewerben, also irgendwie ja schon, aber dieses Bewerbungsformat wird dann im Fernsehen, glaube ich, auch immer anders dargestellt. Es gibt dann ja so Bewerbungsvideos, wo man dann merkt, okay, das haben die jetzt nicht selbst gedreht, sondern da war schon mal irgendwie ein Fernsehteam, also irgendwas war da irgendwie komisch, keine Ahnung. Genau, und dann sind sie eben der Ansicht, ein Reality-TV-Format wäre jetzt die richtige Lösung für unser finanzielles Problem. Oder häufig sind es auch Kinder oder Familienangehörige, die dann irgendwie sagen, hier das Restaurant meiner Eltern oder meiner anderen Verwandten, das hält sich nicht gut und da solltet ihr mal bitte herkommen. Und dann, ich weiß nicht, ob das dann auch echt ist, aber dann wissen sie auch nichts davon, bevor dann das Kamerateam auftaucht. Aber nehmen die Hilfe dann natürlich an, weil, ne, keine Ahnung, warum nicht? Könnte ja vielleicht irgendwie erfolgreich sein. Und dann kommt Frank Rosin in das Restaurant und stellt sich vor, die kennen ihn noch alle, denn das ist ja auch Deutschlands bekanntester Fernsehkoch und ich glaube auch, und auch erfolgreichster, glaube ich auch, weil der hat ja auch zwei Sterne oder hatte zwei Sterne. In den alten Episoden wurden noch zwei Sterne genannt, aber man musste sich ja auch jedes Jahr aufs Neue verdienen. Oder wenn das Restaurant dann nicht mehr lebt, dann hat man auch die Sterne nicht mehr oder sowas. Weiß nicht, ob der jetzt immer noch zwei Sterne hat. Aber er wird auf jeden Fall immer als der große Macker dargestellt und dann kommt er in das Restaurant und hat die Möglichkeit, sich als was Besseres darzustellen, als diese Leute, die vielleicht einfach nur überleben wollen und das in Form eines Restaurants tun. Und genau, dann schaut er sich das Restaurant am Anfang in der Regel kurz an und sagt dann, so, ich muss jetzt sehen, wie ihr arbeitet. In zwei Stunden kommen 20 Testesser und die testen dann euer Restaurant. Und dann schaue ich eben, wie ihr das alles angeht. Und in der Regel, das ist auch manchmal unterschiedlich, je nach Restaurant und Episode, möchte er ein komplettes Drei-Gänge-Menü. Also sagt dem Restaurant, das in der Regel nicht so viel, nicht so ein großes Lager hat und nicht so viele Vorräte hat, da kommt gleich eine ganze Gesellschaft, die wollen ein Drei-Gänge-Menü. Und das möchte ich jetzt sehen, wie ihr das mal zubereitet. Und dann sagen sie sich dann, ja okay, das ist jetzt ja, na gut, okay. Wie kann ich da Testesser eigentlich werden? Das interessiert mich gerade mehr. Das habe ich mich auch schon immer gefragt. Das ist eine gute Frage. Das wird vielleicht irgendwie… Ist das die Produktion? Nee, das kann ja nicht beworben werden. Das muss dann die Produktionsfirma eigentlich irgendwie… Da muss sie ja irgendwie mal Leute danach gefragt haben, die dann einfach ankommen. Manchmal sind es auch so, bei einem Landgasthof ist es dann manchmal so ein Verein oder irgendwie die Schützengarde oder so, die dann kommt. Feuerwehr oder so. Genau, Feuerwehr, irgendwie sowas. Manchmal sind es dann aber auch wirklich nur in der Großstadt sind es dann einfach irgendwie Leute, da weiß man dann auch nicht. Wo die sich dann alle kennen, genau, wo sie die irgendwie aufgetrieben haben. Da gibt es bestimmt irgendwie Ressourcen, wo man sich dann so als Produktionsfirma da bedienen kann. Genau, ja. Und die sind dann in der Regel total überfordert von dieser ganzen Situation. Da kommt ein Kamerateam und dann soll direkt irgendwie ein Testessen auf die Beine gestellt werden. Häufig haben sie jetzt auch nicht irgendwie ein Drei-Gänge-Menü, sondern müssen sich dann einfach drei Gerichte aus ihrer Karte einfach wählen. Denn sie haben häufig nicht, wie gesagt, die Vorräte dazu, wirklich 20 Leute, also 20 Mal das Gleiche zu servieren. Und das wird dann alles auch immer ganz, ganz schlimm aufgespielt. Und hektikvoll, oder? Es ist alles hektisch, genau. Die Leute machen sich natürlich auch selbst die Hektik, weil sie wollen jetzt nicht doof dastehen. Aber die Produktion tut alles Erdenkliche, um sie möglichst doof dastehen zu lassen. Oh Gott. Na gut. Genau, und dann gibt es das Essen. Das läuft dann in der Regel nicht so gut, weil das kann ja auch gar nicht so gut laufen. Und es soll auch nicht so gut laufen, weil das zweite Testessen, nachdem Rosin dann natürlich das Restaurant wieder aufgemotzt hat, soll es dann natürlich alles wieder besser sein. Ja, klar. Und dann hat natürlich das ganze Problem gelöst. Ja. Genau, und dann bewerten sie das. Es war mal nach Schulnoten. Ich glaube, aktuell sind es auf Punkten von eins bis zehn oder so. Und dann wird das dann ausgewertet und dann kommt er am nächsten Tag und dann sind sie irgendwie noch so eine knappe Woche da. Und innerhalb dieser kurzen Zeit soll dann das ganze Restaurant natürlich. Und dann wird er quasi, ich weiß nicht. Die sind aber nicht eine knappe Woche da, sondern das sind halt Tage, die Frank Rosin dann da ist und das Team. Aber das ist nicht alles nacheinander gedreht, sondern da sind auch manchmal spürbar, das wird nicht so direkt erwähnt, aber da sind auch durchaus mal ein paar Wochen dazwischen. Ja, das stimmt. Das ist immer unterschiedlich. Ich glaube, manchmal ist es wirklich so, dass es nur eine Woche ist oder so. Manchmal merkt man dann auch, die mussten irgendwie die ganze Küche neu machen beispielsweise. Und da wird dann auch gesagt, ja, das kommt ja irgendwie einen Monat später wieder oder so. Ja, vor allem. Und dann wird in den Tagen dann einfach, weiß ich nicht, Karte überarbeitet, entschlagt, bisschen aufgeräumt im Laden. Ja, das ist, also ehrlich gesagt ist alles zwischen dem ersten und dem zweiten Testessen der langweilige Teil dieser Sendung. Das stimmt. Aber ja, also in der Regel, ne, dann wird dann irgendwie gesagt, jetzt schreiben wir mal eine neue Speisekarte. Und dann werden nochmal die Speisenkarte. Frank Rosin sagt Speisenkarte. Frank Rosin sagt Speisenkarte, der Offsprecher sagt witzigerweise manchmal Speisekarte. Da gab es bestimmt schon Zoff, weil der Offsprecher nicht das korrekte, nicht den korrekten Ausdruck gebracht hat. Aber Frank Rosin sagt immer Speisenkarte. Ich glaube, ich glaube, ehrlicherweise ist all das Frank Rosin herzlich scheißegal. Der findet sich schon geil, oder? Ja, ich weiß nicht. Also dafür, dass der Offsprecher so häufig sagt, wie viele Sterne der hat und dass er der erfolgreichste Fernsehkoch ist, ihm wird da anderweitig, wird ihm in diesen Offtexten ja schon deutlich geschmeichelt. Das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ich sehe gerade nur, dass Frank Rosin über sein eigenes Restaurant ein eigenes Zitat auf seiner Webseite hat. Da steht drauf, wirklich, unaufgeregt, würzig, prägnant. Und dann runter, Frank Rosin über das Restaurant Rosin. Dann ist so, Junge, was für ein Arschloch bist du? Hm, hier esse ich gerne. Hm, lecker, Frank Rosin. Ja. Und dann drunter, da drüben ist so ein Teambild. Da ist auch ein bisschen, ach, ein bisschen, ja, rückliches Gesicht. Aber darunter ist so ein uraltes, wo er so ein bisschen noch richtig gut guckt, Promo-Bild. Naja. Oh ja, ich sehe es gerade. Genau. Von Frank signierte Bücher bestellen. Oh, toll. Ähm, genau. Und dann, ja, dann wird eben jener Restaurant. Das Wort Schmackhofer hat ja wirklich, um Gottes Willen Gott, ich erfahre hier Dinge. Dennis, das weißt du nicht? Nein! Er löscht doch alles mit Weißwein ab. Oh, eklig. Hm. Das habe ich mir aber abgeguckt. Das mache ich auch noch. Diese Episoden haben immer einen Unterschied. Der Koch selber gerne mit Weißwein ab bei dir. Hm, auch ganz gut. Ja. Diese Folgen haben auf jeden Fall häufig eine unterschiedliche Ausprägung. Also manchmal wird eher auf das familiäre Drama eingegangen. Also die kann sich nicht mehr halten. Und dann wird auch mal von Frank Rosin die Mutter beiseite genommen und dann mal gefragt, ja, nimm dich das nicht auch mit und nimmst du dann nicht die Probleme auch mit nach Hause? Und dann wird Geigenmusik eingespielt und die arme Frau erzählt dann, dass alles auch in der Ehe nicht mehr so gut klappt, weil die arbeiten ja gemeinsam in dem Restaurant und es ist alles ganz tragisch. Manchmal wird dann auch, worauf Renke vorhin schon angespielt hat, stellt sich dann raus, dass nichts kalkuliert wird. Also es ist mir dann auch manchmal so ein Rätsel, also die kalkulieren die Preise nicht. In der aktuellen Episode, das ist Fellini, sagt auch der Chef immer, dass ihm das Kopfschmerzen macht, über sowas nachzudenken. Das ist doch einfach, es wurde doch immer schon erklärt, du musst halt irgendwie die Einkaufspreise nehmen und dann nochmal quasi mal drei nehmen. Mal 3,5 wird, glaube ich, auch manchmal gesagt. Genau, und das ist dann quasi einfach dein Verkaufspreis und dann bist du eigentlich safe. Ja, und das machen aber nicht alle und häufig ist es auch so, dass sie irgendwie das Restaurant, dass sie das Restaurant übernommen haben von irgendeinem Vorbesitzer, ne? Ja klar, wie war? Also wirklich, glaube ich, echt so in der Hälfte der Episoden wird dann gesagt, ja, nö, wir haben die Preise dann übernommen. Der hat sich nicht so lange gehalten, wir haben die Preise dann übernommen. Ja, und dann kommt eben Frank Rosin und zaubert so ein paar neue Beispielrezepte bei und dann wird dieses eine, oder diese paar Beispielrezepte werden dann bei dem zweiten Testessen dann auch gekocht. Und dann hat er da auch so ein bisschen mitgeholfen, ne, und das alles gesteuert und dann läuft das auf einmal wieder ganz gut, ne, für das zweite Testessen vor der Kamera und dann sind alle auf einmal wieder ganz zufrieden. Also man muss aber so ein paar Sachen sagen, die sich so über die Jahre verändert haben, dass die Testesser, die da kommen, beim ersten Testessen sind die deutlich kritischer als zu Beginn. Und eigentlich versuchen die mittlerweile immer schon so ein bisschen im vorauseilenden Gehorsam so ein bisschen das Haar in der Suppe zu finden. Und sagen Sachen, an denen sich ein normaler Mensch niemals stören würde. Beim ersten oder beim zweiten Testessen? Beim ersten. Ah, okay. Das war, wenn man sich ganz alte Folgen anschaut, dann sieht man immer, wenn die Leute befragt werden, so, naja, war jetzt irgendwie nicht so herausragend, aber war ganz in Ordnung die Suppe? Ja, hauptgerecht war ein bisschen kalt, aber schmeckte ganz gut oder so, so war das am Anfang. Und jetzt sind wir so, nee, also, ja. Ich glaube aber, das liegt an Suggestivfragen, die haben die Fragen geändert, die haben die Fragen geändert, die sie den Leuten stellen. Ich glaube schon, weil das ist dann immer so, dass, ne, sie haben jetzt zum Beispiel Frank Rosin oder das Team hat irgendwie herausgefunden, das weiß nicht, die Tomatensuppe ist nicht zu gut abgeschmeckt oder so. Und dann sind die Testesser auch immer, haben dann auch sehr spezifische Meinungen dazu. Und ich glaube, das liegt dann daran, dass die gefragt wurden, fanden sie die Suppe jetzt gut abgeschmeckt? Und sonst hätten sie vielleicht nur gesagt, naja, war ganz okay so. Und jetzt sagen sie halt, na, nee, ich fand die Suppe jetzt nicht so gut abgeschmeckt, da hat irgendwie was gefehlt. Und dann in der nächsten Einstellung sieht man dann Frank Rosin mit, ja, nee, die Suppe ist jetzt nicht so gut abgeschmeckt. Und sie haben dann alle eine sehr einheitliche Meinung, eben die, die dann die Produktionsfirma wollte. Macht auf mich auf jeden Fall diesen Eindruck. Also ich finde, die Kommentare sind, das stimmt schon, die sind gesteuerter, aber es macht auf mich auch den Eindruck, als würden die jetzt, als würden die jetzt, und so ein bisschen sind die dann auch so ähnlich wie Frank Rosin auf eine gewisse Art, ich versuche das mal zu erläutern. Sondern sind die alle so ein bisschen, die, man merkt manchmal, dass die Leute von Dingen reden, die sie gar nicht so richtig verstehen. Und den Eindruck habe ich manchmal bei Frank Rosin auch, wie komme ich gleich zu? Also, denn die sagen sowas wie, ja, aber das Ambiente, also man schaut mal sich hier die Gegend an, dann sabbeln die irgendeinen Quatsch daher, der auch völlig hochgestochen ist. Und der auch sozusagen in diesem Segment der Gastronomie, in dem die gerade unterwegs sind, den es gar nicht geben kann, so. Da kommen dann nicht sowas wie, ja, ist ein bisschen schmuddelig hier, sondern wie, nein, also ich erwarte schon, dass eine, dass die Tischdecke anständig auch dann gebügelt so drauf geht, bla bla bla. Und das ist alles ein bisschen sehr hochgestochen und sozusagen zu hochgestochen. Und Frank Rosin ist ähnlich. Frank Rosin, ich muss wirklich echt sagen, ich habe so zumindest von dem, was ich über sein Leben weiß, auch durchaus Respekt vor seiner Lebensleistung. Da erstmal musst du in Dorsten in so einem Café so ein Sterne-Restaurant raus aufziehen. Ist, glaube ich, selbst wenn du Hilfe, Unterstützung von anderen Leuten hast, nicht leicht. Ich finde, man sieht auch, dass er irgendwie kochen kann und dass er so ein bisschen Ahnung hat, was wozu passt und wie man auch Rezepte macht. Und dass er sich halt sozusagen weiterbildet und immer irgendwie versucht, auch modern zu sein. Das ist alles schon gut. Aber ich finde, man merkt halt sehr stark, der kommt halt aus einem Imbiss. Also seine Mutter hat einen Imbiss betrieben. Man merkt das nicht so, man merkt das nicht nur, er erwähnt es ja auch in jeder Episode. Stimmt, er erwähnt es, stimmt, das ist richtig. Aber man merkt es auch daran, wie er so ist. Und alles ist so ein bisschen, er ist halt eher, sag ich mal, so ein volkstümlicher Fernsehkoch. Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber er versucht immer so zu sprechen, als wäre er irgendwie so ein Hyperintellektueller. Und das funktioniert nicht. Man merkt ganz oft, wie er nicht so die richtigen Worte findet und dann auch so schiefe Analogien bildet und sowas. Das ist, ich muss ihm das mal jemand sagen, dass das nicht geht. Weil ich glaube, wenn er einfach nur wäre, wie er ist, dann wird das vollkommen ausreichen, auch für das Format. Aber er versucht irgendwie, ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Ob das so ein, ob das dieses, weiß ich nicht, dieses Gerhard Schröder-artige ist, das so in ihm inne wohnt, dass er versucht, mehr zu sein, als er tatsächlich darstellen kann oder so. Keine Ahnung. Aber das fällt mir immer wieder auf. Und so ähnlich, finde ich, auch sind die Kommentare da der Testesser. Ja, du hast recht. Also es wirkt auch so ein bisschen, als wären sie irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise gebrieft worden, diese Testesser. Also als sollten sie jetzt wirklich bestimmte Dinge finden. Unabhängig jetzt nochmal von diesen Suggestivfragen, die sie da vielleicht auch bekommen mögen. Hast du eine bestimmte Episode, die dir im Kopf geblieben ist bei Rosins Restaurants? Ja, mir fällt aber das Name von dem Laden nicht mehr ein. Das war ein Ausflugslokal auf irgendwie so einem Berg. Und die Frau hat da drin gewohnt und ist schon abends gar nicht mehr zu ihrer Familie irgendwie runtergefahren, weil die woanders wohnen, damit sie morgens direkt weiterarbeiten konnte. Und sie hatte irgendwie einen Koch, der war, die haben sie also gegenseitig ständig, sie war total, sie war total, ja, also einfach keine gute Chefin, muss man sagen. Sehr, sehr laut und herrisch, mürrisch und verbittert. Er hat sehr viel rumgeschrien und hat auch ihren Koch einfach gehasst. Und ihr Koch hat sie die ganze Zeit angelogen und hatte auch wohl, glaube ich, so ein leichtes Alkoholproblem. Ach, ich erinnere mich, ja, ja. Ja, ja, und ist dann irgendwie nicht erschienen zum Silvesteressen oder so und hat dann irgendwie gelogen, er wäre irgendwie verunfallt mit dem Auto oder so, weil in Wirklichkeit war er saufen oder sowas. Und daraufhin hat sie die dann rausgeschmissen und dann haben sie da so einen Typen irgendwie von der Straße aufgesammelt, der war so, weiß ich, so für 40 Jahren stehen geblieben, so in allem, in seinem Sein, in der Art und Weise, wie er kocht, aber auch so, wie er drauf ist. Und das war einfach von vorne bis hinten sehr, sehr unterhaltsam, weil nichts funktioniert hat bei dieser Mission. Das kam jetzt auch erst in den letzten Tagen wieder hoch in den letzten Wochen. Ich habe es aber nicht nochmal gesehen. Ich versuche das mal kurz raus. Was ist denn deine Lieblingsepisode? Meine Lieblingsepisode ist Melz Taverne, wenn du dich daran noch erinnerst. Das war so ein griechisches Restaurant und das hat eine Frau. Aber das war nicht das an der Tankstelle, oder? Nein, nein, es war nicht das an der Tankstelle. Das war, glaube ich, ein türkisches auch oder ein italienisches, das direkt neben der Tankstelle war. Das war aber auch eine sehr gute Episode. Die Melz Taverne. Die Mauer hat geschlossen, sagt Google dazu. Zu was? Zu Melz Taverne? Ja. Ach. Ja, also wenn du die Episode siehst, wundere dich das nicht mehr. Das waren total nette Leute. Aber das war eine Frau, die so ein kleines griechisches Restaurant hat. Und ihr Mann hat eigentlich nicht wirklich mitgeholfen, aber musste das dann eben tun, wegen dem Testessen und weil der Fernsehkoch da war. Und das war wirklich die chaotischste Episode aller Zeiten. Also sie haben irgendwie, die Frau war leider total, also die war total nett und tut einem auch total leid. Aber sie hatte einfach keinen Kopf für irgendwas. Sie hat alles ständig durcheinander gemacht in der Vorbereitung, hatte von allem nicht genug da, wusste gar nicht so genau, was sie macht. Und es ging wirklich alles drunter und drüber. Und dann kam der Mann an, der musste ihr helfen, weil sie hatten irgendwie keine Servicekraft oder so, sondern er musste dann eben bedienen. Und hat in seinem Leben zuvor noch nie bedient. Und ist dann durch den vollen Raum gegangen, hat angefangen, die Getränke aufzunehmen und hat dann die Getränke aber dann so nach Getränkeart serviert und nicht nach Tisch beispielsweise. Und dazwischendrin dann immer noch alles vergessen. Und es war wirklich ein drunter und drüber. Und die Frau war wirklich, also Ralf, ich will mal Ralf Rosin sagen, ich weiß nicht genau warum. Frank Rosin hat sie dann natürlich auch immer noch so verrückter gemacht. Hat sie dann immer gefragt, also sie hatte kaum Zeit und hat dann immer so ganz ruhig auf sie eingeredet. Nee, komm jetzt lass doch mal, nee, komm mal zur Ruhe und so. Und sie hat halt wirklich keine Zeit, die Dinge schnell zusammenbekommen. Und hat sie dann irgendwie wahnsinnig gemacht. Und dann während sie Dinge vorbereitet, sagt er dann noch so, mach mir hier doch nochmal so ein bisschen Tzatziki und noch so ein bisschen Brot dazu, dann will ich das auch mal probieren. Und der weiß natürlich dann, wie er die Leute so bekommt, dass es dann irgendwie vor der Kamera unterhaltsam ist. Genau, aber ja, wie gesagt, mich wundert das überhaupt nicht, dass das Restaurant mittlerweile geschlossen hat, wenn das so stimmt. Weil das, man hat einfach gemerkt, das ist wirklich ganz schön, die sind jetzt vielleicht nicht die idealsten Restaurantbetreiber, auch wenn sie sehr nett sind. Oh Mann, ich kann das nicht gucken. Erstens habe ich Hunger sofort, bei allem. Es ist auch super, um dabei was zu essen. Immer schön, Ralf, ich weiß wirklich nicht, warum ich immer, gibt es einen Fernsehkoch, der Ralf heißt mit Vornamen? Ralf Zacherl. Ralf Zacherl, stimmt. Ich weiß nur, wie er wohnt. Ralf, ich glaube, also ich weiß, ich habe den da schon ein paar Mal gesehen. Genau, das kann man vielleicht noch ganz kurz sagen. Die Fernseh, nee, wie heißen sie, die Fernsehkochs? Nein, die Kochprofis. Genau, die Kochprofis. Wir haben jetzt kurz über Frank Rosin geredet und wie er irgendwie auch weiß, wie er Leute so steuern kann und wie die ganze Produktion weiß, wie sie Leute so steuern kann, dass es total unterhaltsam ist und dass man dieses ganze persönliche Drama noch so ausschlachtet. Und bei den Kochprofis ist alles nochmal schlimmer. Das ist wirklich, das sind einfach nicht. Wenn ich da hinkomme, möchte ich aber noch ganz kurz nachreichen, die Folge, die ich meine, heißt Roter Kuppe, so heißt das Restaurant. Ah, okay. Wir werden das natürlich alles in den Shownotes vermerken. Ja. Damit sich die Leute diese tollen Episoden auch anschauen können. Und die Beteilberin heißt Anja. Achtung, und dann heißt Folge 5 von 7, Anja entlässt Dennis per WhatsApp. Sehr gut. Das ist der Koch, okay, verstehe. Der erste Koch. Genau. Und die Kochprofis sind einfach, also die habe ich jetzt auch nicht mehr so gut im Kopf, weil die, das halte ich auch nicht so durch. Ich habe ein paar Mal noch auf YouTube reingesehen, aber das sind wirklich, die sind wirklich alle durchweg total unsympathisch. Da hat er auch dann drei. Das ist eine Ausnahme. Nehmen, wen, deine Top 10 Kochprofis. Kochprofis, Platz 10. Was? Die sind in der Top 10? Nein, okay, was ist dein Lieblingskochprofi? Und zwar ist es hier Ole Plogstedt von der Roten Gummifraktion. Der macht da auch mit und das ist eigentlich ein ganz, ganz integrer Typ. Ole Plogstedt, okay, ich schaue mal gerade das. Ah, stimmt. Ja, okay, das ist, das ist, der hat auf jeden Fall das sympathischste Gesicht und er behandelt die Leute, glaube ich, ein bisschen netter. Aber allgemein haben die da einfach noch viel, viel mehr Drama in ihren Sendungen. Das ist alles noch, noch alles schlimmer und sie gehen dann die Leute auch schon wirklich total unfreundlich an. Es ist dann immer so diese Haltung, dass sie wollen den Leuten ja helfen und machen das ja quasi freiwillig. Die werden natürlich nicht bezahlt oder so vom Sender, sondern sie sind da, um zu helfen. Und wenn da jetzt mal jemand nicht so ganz einsichtig ist, ob einer Änderung oder irgendeinem Vorschlag, dann wird da schon mal direkt draufgehauen. Und die Leute werden auf jeden Fall, also die RestaurantbetreiberInnen werden auf jeden Fall ein bisschen härter in ihre Schranken verwiesen. Das kann man da, glaube ich, schon so sagen. Das Schöne ist, dass die ein Team haben und die haben verschiedene Leute, die kümmern sich dann immer so um einzelne Sachen. Einer übt dann mit denen irgendwie kochen, der andere kümmert sich um die Finanzen und dann macht noch jemand irgendwie Werbung oder so. Das führt auch dazu, dass sie alle verschiedene Rollen einnehmen können in diesem ganzen Reality-Gefüge. Was die Sache nochmal ein bisschen komplexer und, wie ich finde, manchmal auch interessanter macht als Residienz-Restaurants, weil man da halt immer dieselbe Nase vor sich hat. Die haben auch ein leicht wechselndes Team, sind nicht immer dieselben, die das Gleiche machen. Und da habe ich auch eine Lieblingsfolge, die ich gerade mal ganz kurz suche. Das ist dieser komische Waffelladen, falls du dich an den erinnern kannst. Der Waffelladen? Ja, so ganz grob. Das haben die irgendwann abgebrochen. Mist, findet man nicht unter Waffeln. Schade. Und ich habe aber auch den Eindruck, diese Leute, diese Leute, diese Fernsehköche in dieser Sendung bei den Kochprofis, das sind dann wirklich eher so klassische Fernsehköche, habe ich den Eindruck. Ja, genau. Also die, das sind jetzt, glaube ich, vielleicht ist auch der ein oder andere Sternekoch dabei, aber die, die haben es dann irgendwann ins Fernsehen geschafft und gehen seitdem halt diese ganzen Sendungen durch. Genau, zum Beispiel dieser Mario Kotaska, den sieht man sonst auch nur bei der Küchenschlacht im ZDF. Ja, ja. Wer ist denn da sonst noch? Man muss ja aber ehrlich sagen, es ist jetzt nicht so geil, in der Gastro zu arbeiten. Und wenn ich als Koch, glaube ich, die Chance hätte, Fernsehkoch zu werden, dann würde ich die aber auch nutzen. Ja, klar. Ja, mit Sicherheit. Alleine, was du, wie, wie, also verglichen, verglichen mit in der Küche stehen, wie viel einfacher, wie viel mehr Geld du verdienen kannst, wenn du deine Fresse vor eine Kamera steckst. Klar, da würde ich auch keine Fragen stellen. Dennis, du guckst sowas gar nicht? Nicht, nicht sonderlich tatsächlich, weil ich das nicht so richtig interessant finde. Ich habe eine Zeit lang die Küchenschlachten im ZDF gesehen. Ja, aber das ist ja nicht Koch-Reality, das ist ja Koch-Sendung. Genau, aber da war es so ein bisschen, auch weil ich hier Horst Lichter jetzt nicht unsympathisch finde. Oh Gott. Ja, der Fertig-Koch. Ich habe den ganze Zeit nicht erwähnt bisher. Ich dachte, das ist dieser Autokoch und dieser Raritäten-Koch. Naja, nee, Horst Lichter. Und ich erinnere mich vor allem an die Sendung mit Horst Lichter und, wie hieß sie denn nochmal, mit den anderen Typen? Lafa? Ja, Lafa Lichter lecker. So, das habe ich natürlich regelmäßig geguckt. So, aber es ist jetzt auch schon zehn Jahre her, sehe ich gerade. Mittlerweile ist der Lafa ja irgendwie bei seinen Sexgewürzen abgedreht. Was? Es gibt das Lafa-Sexgewürz. Wirklich? Oh Gott. Ja. Lafa-Sexgewürz. Al von Schubeck ist ja auch ... Ach, das war Schubeck mit dem Sexgewürz. Ja, ich wollte es sagen, der wandert auch bald in den Knast, weil der irgendwie mutmaßlich Steuern in Höhe von über einer Million Euro unterzogen hat. Ja, genau. Das Sexgewürz von Al von Schubeck. Das meinte ich. Was in diesem Gewürz alles drin ist. Da habe ich dem Lafa jetzt tatsächlich was Unreichs getan. Okay, Sexgewürz. Wisst ihr, was drin ist? Nee, Kurkuma auf jeden Fall. Kurkuma, Paprika edelsüß, Zimt, Knoblauch, Kardamom, Chili, Ingwer, Koriander, Rosenblüten. Okay, Vanille. Ugh. Das geile Sexficken-Gewürz. Als hätte jemand, weiß ich, ein Curry in die ... Also wäre ihm ein Curry ausgelaufen, in dieser Auslage bei so einem Weihnachtsmarkt-Süßigkeitenstand. Curry. 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 Nee, ich gucke das nicht so wirklich. Nee, also auf jeden Fall nicht diese Reality-Sachen davon, weil ich mich nicht aufrabe. Ich habe eine Zeit lang noch hier geguckt, aber das zählt ja nicht damit, hier das ... Gegen den ... Also hier die ... Im Vox, sonntags, wo Promis gegen diesen einen Koch gespielt haben, aber nicht der aktuelle Koch. Ach, Grill den Henssler. Ja, aber nicht der Henssler, weil der Henssler ist ein Arschloch. Was war davor jemand? Da war noch ein anderer Koch davor. Nee, das war Grill den Henssler und dann ist Henssler noch zu ProSieben gegangen. Und dann wollte ihn da keiner sehen und dann ist er wieder zurück. Ja, aber es gab davor noch eine Sendung, dieses Konzept. Vor Henssler? Nein. Ja, die Koch-Arena. Das war die Koch-Arena vorher. Und es waren verschiedene Köche. So. Mir werden da irgendwie so persönliche Dramen zu wenig ausgeschlachtet. So, das war die Koch-Arena, auch uralte Sendung. Und es war immer ein Sterne-Koch gegen andere fünf Kandidaten. Und da gab es dann auch die Jüge. Und da war schon Rainer Kallmund dabei und Heinz Hormann und Katja Burkhardt. So. Ja, Köche, die regelmäßig auftraten, waren Kolja Kleberg, Ralf Zacherl und Steffen Henssler. Genau. Und dann hast du Henssler irgendwann übernommen. Verstehe. Mein Vorschlag jetzt, um diese beiden unterschiedlichen Formatarten zusammenzubringen. Und natürlich das perfekte Dinner. Das habe ich auch regelmäßig geguckt, die Scheiße. Stimmt, das habe ich auch gesehen. Ja, okay, man kann es durchaus als Koch-Reality-Show begreifen. Ja. Und es läuft immer noch. Wobei, also seitdem es nicht mehr das perfekte Profi-Dinner ist, ist es auch nicht mehr so spannend. Das stimmt. Aber mein Vorschlag, um diese beiden, um Reality, um normale Koch-Sendungen zusammenzubringen. Ja, bitte. In Restaurants, die kurz vor der Pleite sind, nimmt da die Leute weg und lässt die gemeinsam in einer Koch-Arena auftreten. Sagt denen aber vorher nicht Bescheid, sondern sagt, nee, hier, wir laden sie ein zu einer Sendung. Und dann wird ihnen zwei Stunden vorher gesagt, so, in zwei Stunden kommen 20 Testesser, die werden alle diese Restaurants hier testen. Und sie haben jetzt quasi Zeit, mit einem sehr begrenzten Vorrat an Zutaten drei-Gänge-Menü zu machen. Und währenddessen läuft dann noch immer jemand rum und fragt was zur eigenen Familiengeschichte. Geil. Und die Gewinner kriegen irgendwie so 50.000 Euro und die Verlierer gar nichts. Die Verlierer kriegen Insolvenzverwaltung. Ich finde, die sollten gegeneinander antreten. Ja, die treten gegeneinander an, ja. Ja, und wer mehr Punkte kriegt, kriegt 50.000 Euro und die anderen kriegen einfach gar nichts. Nee, die anderen, nee, das müssen wir schon eher so hier Hunger-Game-Style machen. Die anderen müssen die Restaurants schließen. Nee, das ist ja für die meisten von denen wäre das ja gut. Wobei Hunger-Games ein sehr guter Name für eine Kochshow wäre. Ja. Aber dann kriegst du wahrscheinlich irgendwie Ärger mit der Lufthansa, weil die schon irgendwas für die Weihnachtsfeier geplant hatten, was sie sich direkt am Magen richtig schützen lassen. Ach nee, das waren Hunger-Games. Düm, 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 düm. Eine Sache, die ich mir noch aufgeschrieben hatte zu dieser Reality-Fernsehkoch-Shows. Ja. Mir fällt immer auf, dass da ein bisschen komisch mit den, ich sag mal, Staatsbürgerschaften und den traditionellen Küchen umgegangen wird. Ja, ein sehr, sehr guter und berechtigter und wichtiger Hinweis. Das ist alles immer ein bisschen merkwürdig. Also, um mal ganz kurz auszuholen, es ist ja durchaus total cool, wenn jemand nach Deutschland, wenn, weiß nicht, ein Italiener kommt nach Deutschland und macht da ein italienisches Restaurant auf. Mega. Ja, wenn Italiener in Deutschland oder ein, weiß nicht, das ist ja eh in den ganzen Sendungen unterschiedlich, ein gebürtiger Italiener, der in Deutschland lebt oder jemand, der nur, dessen Eltern vielleicht Italiener sind, der aber selbst deutsch ist. Das ist, glaube ich, für Frank Rosin, glaube ich, dann auch relativ egal. Wenn der dann nicht italienisch kocht oder nicht so, wie Frank Rosin sich italienisches Essen vorstellt, dann wird da immer von Frank Rosin raus ein bisschen merkwürdig an die Staatsbürgerschaft oder das kulturelle, kulinarische Erbe dieser jeweiligen Person appelliert. Und das fühlt sich immer ein bisschen merkwürdig an, ne? Also, das ist immer, ne, die wollen, weiß nicht, türkisches Restaurant, also eine türkische Familie macht jetzt irgendwie Burger oder so, dann wird immer gesagt, ja, aber jetzt, ah, da müsst ihr doch was aus eurer Heimat machen und macht da mal so schönes türkisches Essen, weil das wollen die Leute auch. Die Leute wollen keine Burger, die wollen türkisches Essen. Ja, das habt ihr im Blut. Genau, ja, das habt ihr im Blut. Und auf einer Seite wird dann immer so gesagt, ja, seid doch ein bisschen selbstbewusst und so, wo man dann sagen kann, ja, das ist ja ganz cool, dass er jetzt sagt, nee, die Leute wollen schon, weiß nicht, gutes italienisches Essen und dann seid doch selbstbewusst und macht das doch einfach so, wie ihr das kennt. In Klammern, kennen sie das so, weiß ich jetzt nicht. Also, Ralf Rosin, schon wieder, Frank Rosin meint natürlich, macht das, wie ich das kenne oder wie ich denke, dass es richtig wäre und dann wird immer, ne, im Hintergrund wird dann am besten noch Eros Ramazzotti eingespielt und dann sagt Frank Rosin, ja, und dann müsst ihr das so wie die Mama in, weiß nicht, in Sizilien, müsst ihr das, müsst ihr das dann zubereiten oder so oder wäre, wäre die Oma in Sizilien nicht enttäuscht, wenn ihr das jetzt so macht und was wollen denn die Gäste davon halten? Und es ist immer ein bisschen unangenehm, weil aus der, ne, der Deutsche sagt dann den Leuten, die vielleicht nicht mehr Ausländer sind, nur, nur vielleicht, äh, eine Art Migrationshintergrund haben oder deren Eltern das vielleicht haben, äh, wie ihre eigene Landesküche richtig geht. Ja. Ja, das ist wirklich, das ist wirklich schlimm. Äh, das, äh, ja, ja, das, äh, aber ein guter, guter und sehr, sehr wichtiger Hinweis. Also, mit ein bisschen, mit ein bisschen Zeit, äh, würde ich gerne nochmal alle Episoden durchgehen und einen Eros Ramazzotti-Counter machen. Ja, du, tu dir, tu dir keinen Zwang an. Ich würde sagen. Vielleicht auch für die GEMA oder so. Ich würde sagen, wir sprechen irgendwann an anderer Stelle nochmal über Kochsendungen im deutschen Fernsehen, denn davon gibt es eine Menge Gute, die auch ein bisschen versteckt sind. Ne, wir sprachen ja beim letzten Mal schon über, äh, über so ein Paar, auch über, ähm, Landfrauen kochen. Wie hieß das noch, Dennis? Äh, kochende Landfrauen, äh, Landfrauen, die gekocht werden. Köche und Landfrauen. Verkochte Landfrauen, glaube ich, war auch nur eine Sendung. Da gibt's, gibt's auch sehr viel. Was ich wirklich gut fand, war diese eine Sendung mit, ähm, Sarah Wiener. Ich glaub, das war für Arte, die so durch die, weiß nicht, Provence fährt oder irgendwo auch durch Deutschland manchmal. Ja, da gibt's auch die Arte-Sendung hier, äh, wo die auch in den verschiedenen Ländern sind und kochen. Äh, wie heißt die denn? Genau, die gibt's auch, ja. Äh, die heißt, äh, Zu Tisch in. So. Und da gibt's auch sehr gute Sachen. Genau, das war auch gut, ja. Und ich meinte, glaube ich, die kulinarischen Abenteuer, Abenteuer von Sarah Wiener, war das, glaube ich. Ich empfehle noch mal, ähm, schnell zwei YouTube-Kanäle, die ich hier noch nicht empfohlen habe an der Stelle. Mhm. Ähm, obwohl, ich weiß es nicht. Also, was wir auf jeden Fall schon hatten, war die School of Work und so, ne? Ja. Und dann gibt es aber noch, ähm, den hab ich ja bestimmt auch schon, auch schon mal, also, Adam Ragusea, schon mal gehört den Namen? Nee. Nein. Ist halt eigentlich ein Journalist, der dann aber angefangen hat, Koche, zu kochen und der macht jetzt sehr viele, sehr coole Kochvideos und ist sehr, ähm, also, der geht die Sache immer sehr pragmatisch an und, äh, ihm geht's halt hauptsächlich darum, dass es schmeckt. Und, und er probiert halt sehr, sehr viel hin und her, äh, wie kann man machen, dass es schmeckt und dass es weniger Aufwand hat. Zum Beispiel hat der, ähm, ein Video über Demiglas, so eine bestimmte Art von sehr, sehr stark eingedickter, äh, Soße, die man sehr stark mit 7000 Knochen, äh, über Stunden und Jahre kochen muss, bis sie sozusagen sich selber eindickt durch das Gelieren und sowas, ähm, das macht er zum Beispiel mit, mit Geflügel, äh, weil es genauso, weil es, also, weil man den Geschmack nicht unterscheidet, unterscheiden kann so richtig und kocht das über Stunden. Und dann hat er noch so eine, so eine Demiglas zum Cheaten, also die kann man halt da reintun und dann kriegt das halt so eine schöne, also in Soße, die man schon hat, so ein bisschen eingefrorene Demiglas, die man gemacht hat. Und dann hat das, äh, kriegt das einfach einen schön, viel schönere, kräftigen Geschmack und eine, und eine richtig krasse Textur. Und der macht auch so eine Instant Demiglas, stellt der auch her, aus so verschiedenen Sachen, wie zum Beispiel, äh, so gekaufter, äh, gekauften Fonds, äh, und mit, äh, mit Sojasoße und sowas. Helvetica auch mal, oder? Was? Auch mal Helvetica? Oder jetzt nur Comic? Nee, 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 nein, falsch. Comic Fonds. Ja, eigentlich hätte ich, hätte, ich hatte jetzt eigentlich fast, fast gedacht, dass es jetzt eher so Gags in Richtung ETFs gibt, aber das nehme ich, nehme ich auch gerne. Nee, der ist sehr gut, ähm, kann man sehr empfehlen. Und dann gibt es noch, der Typ ist aber so auf der Grenze zum Unsympathischen, obwohl ich ihn eigentlich ganz, noch ganz okay finde. Und dann gibt es Elton Brown. Elton Brown, Alton Broven, geschrieben. Man hört schon an dem Vornamen Elton mit A, Alton. Dass der, äh, aus den Südstaaten kommt und der ist seit, ich glaube, 27 Millionen Jahren macht der Sendungen, äh, im Food Channel. Und, äh, hat sich mittlerweile auch den, den Weg zu YouTube gesucht und kocht da einfach geile Scheiße, die total lecker ist und hat immer so ganz, hat eine tolle YouTube-Serie, nennt sich Pantry Raid. Da schaut er, was er noch im Schrank hat und macht daraus geile Sachen. Ähm, zum Beispiel, ähm, zum Beispiel Pantry Raid, Crispy Rice Treat Edition, hervorragend, sehr zu empfehlen. Äh, die Kanäle verlinken wir euch noch in den Shownotes. Ja. Dann kommen wir jetzt zu... Das Anycast Einkaufsmärkte Roundup. Meine Fresse, kannst du gut, äh, jährlichen... Herzlich willkommen zum ersten jährlichen... Ich bin Fünf-Sterne-Podcaster, was denkst du denn? Ja, ja, ja. Sorry, Henke. Dennis, ich kann auch so gute Jingles machen, wenn ich will. Okay, das krieg ich auch hin. Ja. Ja? Ja. Ich muss nur Musik finden, die CC0 sind. Ja. Und dann geht das alles. Ja, das war, das war die Hälfte der Arbeit. Ja. Der, äh, herzlich willkommen zum ersten jährlichen Anycast Einkaufsmärkte Roundup für das Jahr 2021. Was ist das? Völlig neu, wir machen es jetzt jährlich. Immer zu Thanksgiving haben wir uns überlegt. Gehen wir so durch, was war denn so quasi als erster Jahresrückblick? Wie haben wir denn das Einkaufsleben in den letzten elf Monaten so verbracht in diesem Jahr? Schauen zurück und vergeben Preise. Preise für ganz tolle Kategorien, wie zum Beispiel Newcomer des Jahres, Aufsteiger, Absteiger, Discounter des Jahres, der Biomarkt des Jahres und der Supermarkt des Jahres. Die Königsdisziplin. Und zwar immer ganz persönlich unsere eigenen Eindrücke. Newcomer muss nicht heißen, dass es neue Einkaufsmärkte sind, die es jetzt erst auf diesem Planeten gibt oder in Deutschland, sondern die für uns ins Leben neu getreten sind. Ach so, was du drehst mit den Regeln? Oh, meine Fresse. Das habe ich dir doch alles vorher gesagt. Newcomer könnte man doch jetzt auch gar nicht sagen, wenn man nicht täglich das Supermarktblog liest. Ich lese auch die Lebensmittelzeitung. Ach so, gut. Es kann auch sein, dass die Sachen wieder ins Leben getreten sind, aber das so sehr oder auf eine ganz neue Art und Weise waren. Und darüber sprechen wir ganz gerne, denn ihr wisst ja auch, der Endicast ist der einzige Podcast, der jemals, jemals die Prospekte für die kommende Woche, also die Werberprospekte für die kommende Woche durchgegangen ist. Das gab es so noch nirgends. Wir sind immer ganz nah dran am Supermärkte-Game und Dennis steckt tief drin. Zu tief manchmal, für meinen Geschmack. Und zum Glück haben wir Kai zu Gast, sodass wir auch so ein bisschen von außerhalb ein paar Eindrücke reingebracht bekommen. Und das ist eigentlich schon alles. Meine Herren, gibt es noch Fragen an dieser Stelle? Äh, nee. Nein. Dann würde ich doch mal direkt beginnen mit der ersten Kategorie. Und weil es ja angeblich so ist, dass alle die Regeln noch nicht so richtig verstanden haben, würde ich mal direkt anfangen, ja. Und sage direkt, mein persönlicher Newcomer des Jahres ist Aldi. Ich sag's euch, wie es ist. Ich bin schon immer, haben wir, glaube ich, schon mehrfach etabliert, ich bin Aldi-Kind. Wir haben immer bei Aldi eingekauft. Nord. Aber in den letzten, Nord, ja, ja, ganz wichtiger Zusatz. Dankeschön. Da merkt man auch wieder deine Supermarkt-Block-Erfahrung. Immer schon Aldi-Kind gewesen, immer eingekauft. Und dann ist es aber irgendwann, als ich nach Berlin gezogen bin, war ich auch noch öfter mal bei Aldi, aber als ich dann aus Mitte weggezogen bin, da war es vorbei. Es gab keine Aldi mehr in meiner Nähe. Und das hat sich so ein bisschen dann ausgefranst. Es gab nicht mehr so, man konnte, aber andere Sachen waren näher. Ich hatte auch kein Auto oder so. Und dann fuhr man da nicht extra hin oder mit dem Fahrrad nochmal zu. Also ganz selten war ich bei Aldi. Das kam jetzt wieder, gerade in diesem Jahr. Eigentlich, um ehrlich zu sein, hat es letztes Jahr schon so ein bisschen begonnen. Denn es gibt einen Aldi, wenn man hier in Pankow im Norden so die Stadt rausfährt, müsste sogar noch zu Alt-Pankow eigentlich knapp gehören oder leicht draußen. Jedenfalls gibt es dann ein Aldi. Das war letztes, im letzten Jahr schon einer der wenigen Aldis, bei dem es noch Klopapier und Mehl gab. Das ist dann also ein Supermarkt-Aldi, äh, nicht Supermarkt-Aldi, ein Auto-Aldi. Also mit so einem großen Parkplatz davor, wenn du sagst, man muss da hinfahren. Ja, ja, ich bin mit dem Fahrrad dann da hingefahren. Also auch jetzt, obwohl ich schon ein Auto habe, bin ich dann mit dem Fahrrad da hingefahren, weil so weit ist es auch nicht weg. Das sind von hier, weiß ich nicht, drei, vier Kilometer oder so. Es geht. Und, ähm, so ist Aldi wieder ein bisschen, ein bisschen, äh, hatte so ein kleines Comeback. Und dieses Jahr war es dann ganz krass, obwohl ich ja, wir haben ja an der U-Bahn-Station in der Nähe ein Aldi und da gehe ich dieses Jahr echt wirklich regelmäßig hin. Für mich Aldi Nord, ganz klar, mein persönlicher Newcomer. Kai, was ist denn dein Newcomer dieses Jahr? Äh, ich wusste ehrlich gesagt nicht genau, was ich nehmen soll. Deswegen habe ich mir jetzt irgendwas aus dem Hintern gezogen und bin dann bei der Hofpfisterei gelandet. Nee, aber ganz im Ernst, ähm, ich hab irgendwie jetzt eine, eine, eine Liebe für, für gute Bäckereien entdeckt. Also die hatte ich davor schon, aber ich hatte, äh, ohne Homeoffice nicht immer, äh, Zeit, äh, auch morgens dann irgendwo hinzugehen. Und, äh, und das, äh, mache ich jetzt regelmäßiger mal und hol mir irgendwie ein schönes Brot oder Brötchen. Und, äh, eben weil ich eine beim, nicht unweit von mir habe, ähm, wurde es die Hofpfisterei. Sehr schön. Aber dann, warum nicht Zeit für Brot? Ähm, da gibt's, glaub ich, nur einen Laden, der ist ewig weit entfernt. Ich hab mal, als man das noch durfte, in Anführungszeichen, ähm, hab ich mal bei Gorillas Zeit für Brot bestellt. Oh. Und, ähm, das, äh, war auch ganz lecker, aber es war jetzt nicht so, dass ich gedacht hätte, ich fahre durch die halbe Stadt, um mir ein Brot zu kaufen. Okay. Na, ich hab auch eine Bäckerei, die ist hier direkt um die Ecke, die hab ich tatsächlich dieses Jahr, äh, neu entdeckt, die gibt's aber auch schon ewig. Und zwar die Vollkornbäckerei Hartwig. Und die... Prost. Danke. Sagt Bescheid, wenn ihr fertig seid. Nee, ist gut. Vollkornbäckerei Hartwig. Du wolltest das nicht rausschnitten lassen. Hup. Und, äh, die hab ich dieses Jahr wieder entdeckt und, äh, die backen selber. Das ist also richtig noch eine richtig, Backerei, da wird richtig noch geschuftet. Die haben auch früh oft auf, das war jetzt in diesem Jahr, wo ich ein, zwei Mal, dass ich sehr früh raus musste, sehr cool, weil um sechs gab es richtig geile, leckere Brötchen. Und die haben so ein bisschen belegtes Zeug, was auch sehr ordentlich ist und auch vegan und haben sonntagsoffen. Und das hat mir tatsächlich dieses Jahr so ein, ab und zu, äh, das Leben gerettet und einfach sehr, sehr gute Brote. Vollkornbäckerei Hartwig in Friedrichshain. Mein Geheimtipp für Restdeutschland. So, äh, ich bin ja, geh da an der Prenzlauer Berg zur Bäckerei Siebert, die älteste Bäckerei Berlins, heißt das immer so schön. Und da gibt's ja auch noch auf der Ecke, äh, in der Nähe vom S-Bahnhof Pankow, wie heißt der denn noch? Das ist so ein richtig schöner Ostbäcker, das hab ich, glaub ich, auch schon mal erzählt. Da werden Leute angeschissen und zur Sau gemacht, wenn die Cappuccino bestellen, weil da, weil das hier ein Bäcker ist. Ähm, und der hat hervorragenden, ähm, Hefezopf. Also wirklich ohne Scheiß hervorragenden Hefezopf. Und es sind halt auch noch so schöne, äh, ja, DDR-Preise. Ich glaube, das darf man noch so sagen. Bäckerei und Konditorei Wilhelm, davon rede ich, in der Kissingenstraße. Da muss ich jetzt auch gerade, das hat jetzt weniger mit DDR zu tun und mehr mit BRD an die Bäckerei Ladewick denken. Oh ja, also erste Frage zur Wilhelm, die haben hoffentlich auch diese Ostschrippen, diese komplett sehr weichen und. Ja, sicher. Ja, sehr gut, diese zehn weichen Ostschrippen, die sind richtig geil. Aber er verkauft auch, er verkauft die, die kann man nicht kauen, die muss man reißen. Ja, die muss man reißen, genau. Er verkauft aber auch Semmeln, die sehr schön sind, die man so auch so mitnehmen kann, also so Doppelbrötchen quasi, die man mitnehmen kann und auch die sehr schön salzig sind und sich gut eignen für so zum Grillen, finde ich, tatsächlich. Und guten Blechkuchen. Aha, Blechkuchen. Und Teilchen. Bäckerei Ladewick sagt Kai voll zum Recht in Kreuzberg, weil? Ja. Weil die haben leckere Krebel. Was haben sie? Krebel, sie haben total leckere Krebel. Aha, hast du einen Schlagernfall. Berliner. Berliner. Pfannkuchen. Ja, also Salomonoschus sagt Berliner Pfannkuchen. Es ist ein ganz lustiger kleiner Bäckerladen, die, glaube ich, auch alles selbst machen. Die backen alles selber, ja, ja, das ist richtig geil. Und es ist, die ein, also, das, die, 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 das Interieur ist sehr, das Interieur ist sehr BAD, ist sehr BAD, 80er, 90er so vielleicht, also es gibt auf jeden Fall so ein Chibo Point da drin, hinter der Theke. Dann haben sie so ganz viel unterschiedliche Verzierung und jetzt irgendwie im Herbst war jetzt auch irgendwie alles mit so ganz vielen Herbstfigürchen und so Blättern und so verziert. Und dann haben sie natürlich auch die klassische Capri-Sonne hinter der Theke, die nicht fehlen darf. Und es ist alles viel zu viel, aber es, naja, man hat den Eindruck, als wäre es so ein alter, so ein Oma-Bäcker aus der Fußgängerzone irgendwo. Und absurd viel Süßkram. Also es ist primär dafür bekannt, dass sie sehr viel Süßbackzeug haben. Genau, so süße Teilchen, Berliner, Donuts, Amerikaner und ganz viele Arten an Kuchen und Plätzchen und sowas. Und das Wichtigste ist, dass sie den Pfannkuchen oder Berliner auch in einer etwas größeren Portion verkaufen und zwar den Riesenpfannkuchen halber Kilo. Das ist ein Mörder-Oschi und ich habe den schon mal alleine verspeist. In den meisten Fällen habe ich ihn immer geteilt. Aber ja, das ist schon geil. Und da ist man, da braucht man also einen Moment, den schneidet man wie einen Kuchen an, weil sonst kriegst du es anders nicht hin. Das ist auf jeden Fall ein Mordskrabbel. Ich glaube, ich weiß, was du nächste Woche vorhast. Was ist denn dein Newcomer des Jahres? Wer? Meiner? Ja. Ja, habe ich doch erwähnt. Volker und Merkerei Hartwig, hast du nicht zugehört? Äh, Aufsteiger, Entschuldigung. Ach so, Aufsteiger. Aufsteiger. Also Aufsteiger und Newcomer muss man auch sagen, wenn man das nach deiner Definition macht, ist es schon relativ ähnlich. Ja, ja, ja. Okay, ich meine nochmal. Dennis, was ist denn dein Aufsteiger des Jahres? Und zwar hätte ich da prinzipiell zwei, aber eine hat sich dann hauchdünn gewonnen und zwar Penny. Penny? Ja, also Penny und Lidl, Lidl auf Platz zwei, haben dieses Jahr massivst in ihr veganes Produktangebot investiert. Und zwar so richtig absurd massiv. Also Lidl, den hatten wir ja schon mal verspeist in dieser Runde gemeinsam. Der vegane Marmorkuchen, episch von Lidl, ultraweich, gar nicht so furztrocken wie die ganze BRD-Scheiße, die so seit Jahrzehnten gefressen wird. Ähm, und überhaupt sehr viel Zeug veganisiert, der vegane Gyros von Lidl ist geil, aber Penny hat wirklich einfach abgefahren. Die haben Fleischersatzprodukte, alles andere Zeug, Fischstäbchen, richtig geil, vegan. Und die haben richtig massiv investiert und Penny hat deshalb gewonnen, weil deren Produkte zuverlässiger verfügbar sind. Die veganen Lidl-Produkte finde ich hier weniger. Und das ist ein allgemeines Problem, dass quasi in Friedrichshain, wo man erwarten würde, dass die ganzen Loser hier nur vegan fressen, die ganzen Supermärkte haben das alles gar nicht. Ich muss immer irgendwo ins weitere Ausland fahren, also irgendwie so nach Frankfurt oder Hannover oder Bremen, gehe da in die Reven, Lidlns oder Pennys rein. Deutlich geileres Angebot. Und hier in Berlin ist es tatsächlich so, dass Penny hauchdünn vorne liegt damit. Deswegen ist mein Aufsteiger des Jahres Penny. Sehr schön. Mein Aufsteiger bei mir übrigens, also Penny hatte ich in einer anderen Kategorie fast ganz vorne. Kommen wir gleich noch zu. Mein Aufsteiger des Jahres ist Famila. Seit Ewigkeiten mal wieder da gewesen. Neulich auf dem Weg nach Ostfriesland, dort angehalten in Jäfer. Kurze Einkaufen gewesen. War hervorragend. Gehe ich jetzt öfter mal wieder hin, wenn ich hin und her fahre. Famila. Ich habe, glaube ich, noch nie davon gehört. Gibt es in ganz Deutschland, ist aufgeteilt, so ähnlich wie Vitamalz es mal war, bevor es übernommen wurde. Also es gibt verschiedene Handelsgruppen, die sich diesen Namen Famila teilen. Es sind sogenannte Hypermärkte, also riesengroße Supermärkte mit allem Angebot. Sowas wie Real oder Kaufland, wo es halt dann auch Klamotten und Fernseher und keine Ahnung was gibt. Und in Famila Nordwest, das gehört zur Bünding-Gruppe. Also die... Aber du unterstützt doch... Oder bist du bündig? Sagst du von Bünding oder war das andere? Ne, ich bin Thiele. Ja, genau. Ich bin Thiele Tee, aber Bünding-Tee, das ist aber wahrscheinlich nur beim Tee. Aber Bünding, die Bünding-Gruppe hat auch viele, viele Supermärkte. Also Kombi zum Beispiel gehört dazu, falls es anders was sagt. Das habe ich schon mal gehört, ja. Oder Markkant. Ich war schon mal in einem Kombi. Ja. Markkant? Ja. Das ist auch so eine Kette. Markkant Offenburg. Die gehört zur Bünding-Gruppe. Ne, das ist was anderes. Das ist ganz lustig. Bevor so diese ganzen... Also mittlerweile sehr vereinheitlicht die Markennamen. Bevor es die Rewe so vereinheitlicht gab, gab es ja... Was gab es da? Gab es Cafu? Gab es Minimal? Minimal. Ja, genau. Wir haben immer bei Minimal eingekauft. Genau. Ich fand, das war auch ein schöner Name. Spar. So. Da gab es echt eine absolute krasse Markenvielfalt. Ja, wir hatten auch früher eine Kette. Harms. Ja. Ist dann aufgegangen in Markkant, meine ich. Gehört jetzt mittlerweile auch zu Bünding. Spannend. Und Kai, dein Aufsteiger? Mein Aufsteiger ist Bolu. Kennt ihr das? Nein. Es ist ein türkischer Supermarkt. Oder wie sie sich nennen, vielleicht habe ich jetzt auch das Falsche gesagt, ein multikultureller Frischemarkt. Ach, das ist der am Cottbusser Damm? Kann sein, dass da auch einer ist. Also es gibt mehrere. Genau, es ist eine Kette. Es gibt mehrere in ganz Berlin, ja. Und weil ich eh türkische Supermärkte eigentlich ganz gut finde und mir eigentlich immer vornehme, häufiger mal hinzugehen, aber es irgendwie auch gar nicht so schaffe, ist das dann mein Aufsteiger geworden. Ich finde ja immer, ich bin ja immer, ich, ich, ähm, die einzige Interaktion, die ich in Supermärkten okay finde, ist an der Kasse. Und da bin ich dann auch immer sehr nett zu den Leuten. Aber ich bin ein bisschen davon überfordert, dass man dort dann beim Gemüse häufig auch mit Leuten interagieren muss. Das ist auch bei Eurogida so. Da nimmt man das dann irgendwie, ich bin mir auch immer unsicher, ob das jetzt wirklich so ist oder nicht, aber in der Regel, ähm, gibt man jemandem das Gemüse, der da steht und der wiegt das dann für einen. Und gerade weil ich nicht weiß, ob man das wirklich so macht, manche machen das so, die ich da gesehen habe, ich finde es allerdings ein bisschen komisch, dass das andere für einen übernehmen und es müsste ja auch niemand für mich übernehmen, ich kann das ja selbst machen, ähm, finde ich das immer eine, eine, ähm, ähm, äh, eine Interaktion zu viel für, für meine Introvertiertheit. Das kann ich, kann ich sehr gut verstehen, aber ich hätte ja auch gerne, habe ich ja auch schon öfter mal thematisiert, gerne einen türkischen Supermarkt. Das fehlt mir leider auch. Ja, ja. Das ist, äh, das ist immer der Ort, wo es dann einfach das geile Zeug gibt, so. Na, wo ich glaube, du musst einfach nur über die Brücke, äh, rübergehen, zu den, äh, schmutzigen Menschen deines Bezirks, dann gibt es sowas auch wieder. Ne, aber selbst in Kreuzberg ist der erste türkische Supermarkt und ein bisschen entfernt noch von mir. So. Ja, du, wenn, du wohnst halt da in Hipsterhausen, da gibt es das nicht. Das stimmt, das stimmt. Da gibt es keine Türkei. Ne, das gibt bei mir aus, gibt es die aus anderen Gründen nicht. Ne, aber das fehlt hier wirklich. Ich meine, wir haben ja auch, wir haben ja auch irgendwie zwei Jahre in Gesundbrunnen gewohnt und das war wirklich Heaven natürlich, ne, was das anging. Ähm, das, äh, ist schon sehr, sehr schade, dass wir das hier nicht mehr kriegen. So leicht. Auch alleine Obst im Sommer ist halt immer irgendwie geil, äh, in türkischen Supermärkten zu kriegen. Immer schön eine halbe Melone mitnehmen. Genau, halbe Melone mitnehmen. Die halbe Melone ist so groß wie dein Kopf. Genau. Oder, oder Klassiker, ähm, ich hab eine Zeit lang auch immer für, äh, als ich mich mit Freunden getroffen habe, war ich der, der für die Aufstriche, für Snacks, also für die, oder für die Dips, äh, quasi, für Brot oder für Dips zuständig war und dann hat man sich ja auch immer, ähm, arm bezahlt für eine Portion Hummus und eine, also frisches Hummus und eine Portion frische, weiß nicht, Olivenpaste oder so. Ihr macht zwölf Euro. Hm. Ja, dann würde ich mal, würde ich mal weitermachen mit, äh, meinem Absteiger des Jahres und das hat ganz, ganz starken Pandemiebezug, noch stärker als bei, als bei Aldi. Mein Absteiger des Jahres ist ganz klar Hit Ulrich, denn, äh, seit Homeoffice habe ich einfach keinen mehr in der Nähe und nur deswegen irgendwie nach Mitte fahren oder zum Zoo oder so, das ist mir echt zu weit, das tue ich nicht. Ansonsten muss ich sagen, Hit Ulrich, wahrscheinlich der einzige Supermarkt, die einzige Supermarktkette, die es auch nur im entferntesten mit Tegut aufnehmen kann. Ach, wirklich? Der Merkel-Markt. Ja, genau, der Merkel-Markt. Hit Ulrich ist, kann es mit Tegut aufnehmen, weil Tegut ist schon der Olymp, also von den Supermärkten. Warte mal, warst du noch nie im Hit Ulrich, da in Mitte? Nee, Mohrenstraße, geh mal hin, sofort. Okay. Also am besten Montag direkt. Okay. Mach ich. Ist geil. Okay. Ich hab Tegut auf jeden Fall auch so als das Supermarkt Nonplusultra im Kopf und stutz jetzt gerade ein wenig, ob deiner Bemerkung, aber ich war auch noch nie bei dem in Mitte, sondern immer nur bei dem am Zoo und zwar dann in der Regel sonntags und sonntags dort im Zoo, einfach weil kein anderer richtiger Supermarkt mehr auf hat, ist dann eben immer eine ganz eigene Erfahrung. Ich muss mal zu dem in Mitte gehen. Das ist so wie sonntags, das ist so wie sonntags gegen 19 Uhr abends in Hannover am Hauptbahnhof zu Lidl gehen. Hast du das mal gemacht? Das ist auch nicht gut. Na, nicht so oft. Ich schon. Ey, dann lese ich, guck mal hier, Hit-Handelsgruppe, Geschichte, Gerhard Schröder gründete im Jahr 1901. Ich weiß, ich weiß, ich wollte es auch gerade sagen. Ach. Ja, ja. Vor allem, das Lustige ist, der hat dann noch geheiratet, ne? Ach was. Ja, ja. Der hat sozusagen die Tochter, das gehört jetzt zur Dohle-Gruppe. Ja. Genau, und der hat, die haben diese beiden, diese beiden Familien, haben sich sozusagen, das waren beides, das sind beides sozusagen ihr, ja, Einkaufsmarktfamilien und die haben einfach untereinander geheiratet und sind so fusioniert. Geil, wie so, so reale. 1960 heirateten Maria Dohle, geborene Schröder, ne, daher kommt die, und Kurt Dohle. Beide fusionierten die elterlichen Firmen zur Dohle-Handelsgruppe. Das ist ja wie bei Downton Abbey. Ja, so royale Königsfamilien. Geil. Dafür hätte ich gerne eine Serie, wie so so Einzelhandelsfamilien, so Krieg und so. Das hätte ich gerne. Den, den gehört übrigens auch das Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg. Ah. Wenn ihr euch fragt, was bei denen 1933 passiert ist, da wurde die Lebensmittelgroßhandlung mit Weinkellerei durch die, durch Gründer Jean Dohle aufgebaut. Ja. Steht auf der Webseite. Ja. Und danach erst wieder 1953, das ist ja komisch. Ah. Ja, was ist da denn los? Verstehe ich auch nicht so richtig. Mein Absteiger dieses Jahr ist Real. Real ist ja kurz vor der Auflösung, wird ja gerade aufgeteilt zwischen Edeka, Rewe und Globus. Globus ist ja aus dem Saarland. Jedes Mal, wenn ich hier im Globus bin, bin ich mir und sage, das ist schon ein geiler Hypermarkt. Das fehlt mir hier auch noch. Ja, ist es auch. Kai kennt den ja aus Sachsen. Aus Leipzig. Ja. Genau. Am Sachsen Park. Der Globus im Sachsen Park. Aber da heißt er Globus. Ja, Globus. Aber der Real ist am Abstieg. Und das merkt man halt zum Beispiel gerade so, dass sehr viele Produkte von der Eigenmarke Tipp sind jetzt mittlerweile gut und günstig. Das heißt, die sind nicht mehr groß genug für eine eigene Eigenmarke. Genau. Das ist der traurige Niederstieg, Niederfall dieser einst glorreichen Kette. Und mein Real hier um die Ecke im Ringcenter macht ihm Januar 2022 auch zu und wird endlich zu einem Kaufland und ich habe große Hoffnungen. Nachdem die Lebensmittel hier Einzelhandelsdiscounterkette Plus, Dennis, die kennst du ja, hast du auch noch in Farmer Erinnerung, nachdem die geschlossen wurde und Edeka die kleinen Preise getötet hat, hat übrigens dort, wo der Plus stand, in Westerholt, also in so einem Nachbardorf von mir, wo ich groß geworden bin, einen Tippmarkt aufgemacht. Das hieß tatsächlich Tipp. Und das war diese Eigenhandelsmarke toll im Preis. Geil. Gab es auch nicht lange da. Aber die hatten sogar mal eine eigene Läden. Stimmt, hier die Tipp-Discount-Handels-GmbH und KUK AG war eine bis 1999 bestehende Distraunterkette und Vertriebslinie der Metro AG mit Märkten in Deutschland und Polen. Hauptsitz des Unternehmens war in Saarstedt, Perl in Niedersachsens. Hm, sehr gut. Ja. Die 47 Filialen in Polen wurden von Bedronka übernommen. In Polen. Ah. Ja. Sehr schön. Aber diese Hypermärkte sind mir, das ist mir einfach zu viel. Oh ne, Hypermärkte. Das ist zu viel. Das ist mein Samstagsausflug. Der in Leipzig war ja schon immer riesig und das war dann auch, das war auch total surreal. Da war an einem Tag, war da mal so ein Typ, der hatte so einen kleinen Verkaufsstand da. Und dann, ne, also im Dezember, Ende Dezember war der da mit seinem Verkaufsstand im Hawaii-Hemd und hat, glaube ich, Ananas angeboten. Geil. Das ist so gut. Hypermärkte ist wie, ist, ist, Hypermarkt ist halt Jahrmarkt für, für, also mein Jahrmarkt. Also da fahre ich, also ne, ein Jahrmarkt. Hier, Freizeitpark. Das ist meine Art von Freizeitpark. Ich gehe in den Hypermarkt und verbringe gerne mal so ein paar Stunden da drin. Da kann man sich Zeit lassen. Also ich muss auch ehrlicherweise, ehrlicherweise mal sagen, äh, Supermärkte ohne Rolltreppe kann ich nicht ernst nehmen. Ja, genau. So ein Hypermarkt auf zwei Etagen ist einfach das, der ist geil. Äh, ich war mal in Frankreich in einem, der war wirklich absurd. Der war, der ist so komplett absurd. Der hatte nicht nur so ne, so ne Rolltreppe, sondern der hatte so, ähm, daneben an noch Aufzüge, um hoch und runter zu fahren. Aber das waren halt Aufzüge, in dem, haben halt so, keine Ahnung, acht Leute plus Einkaufswägen reingepasst. Oh, geil. Ja. Kai, was ist denn dein Absteiger des Jahres? Mein Absteiger des Jahres ist Lidl geworden. Ah, uh. Und leider, also eigentlich auch nur aus dem Grund, dass ich hier, äh, sehr nah bei mir einen habe, aber da jetzt seit Corona, glaube ich, nicht mehr hin bin, ähm, weil sie keine Einkaufskörbe haben. Und ich, ich führe ja quasi einen Single-Haushalt und musste mir dann, oder hätte mir dann quasi immer so einen Einkaufswagen nehmen müssen, während Corona. Gleichzeitig ist es aber so, äh, also sie, also sie lassen niemanden mehr ohne Einkaufswagen rein, aber es sind relativ wenige Einkaufswagen vorhanden. Das heißt, vor dem Markt, auf der, auf der, auf dem Gehsteig quasi, bildet sich dann schon eine Schlange für diese Einkaufswagen. Ja, aber das war mir dann einfach alles irgendwann zu doof. Das war, also ich komme da regelmäßig vorbei und sehe regelmäßig, dass da einfach kein Einkaufswagen geparkt ist und dass da Leute davor warten. Und hat dein Lidl, äh, keine kleinen Einkaufswagen? Also bei uns gibt's große und kleine. Äh, das weiß ich gerade nicht genau. Es kann sein. Also die, so Kindereinkaufswagen nicht. Ich weiß nicht, ob so zwei... Ja, ja, genau. Ich weiß nicht. Ich glaube tatsächlich nicht, aber für mich sind Märkte schon gestorben, die keine Einkaufskörbe haben. Das muss ich mal so sagen, als Nicht-Autofahrer. Ja, aber dann, aber Einkaufskörbe, Einkaufskörbe, aber nicht diese Rolldinger, diese übergroßen, die unbehandelig sind, die du hinterherziehst, aber die du hinterherziehst. Höchstens zusätzlich, sondern einfach so oft für den Arm halt, ne, so, um zu tragen, ja. Also ich finde diese kleinen Einkaufswagen übrigens total super. Die disziplinieren mich nämlich. Ich kann ja eh nur so viel, so viel mitnehmen, wie ich, äh, wie ich in Taschen quasi halten kann. Ich gehe ja nicht mit so einem Einkaufswagen, äh, mit so einem, wie heißen die denn, diese, diese Rollwägen, die man... Ja, aber wenn ich meinen, wenn ich meinen, meinen Deuter Gigant vollmache, dann ist, da muss ich, also da, da reicht ein so ein kleiner hier, äh, Korb nicht aus. Also wenn, ich kann den Wagen vollmachen und komm, mach den Rucksack voll und hab noch einen Jutebeutel oder vielleicht zwei. Das geht locker. Das kann man alles tragen. So weit wohne ich auch nicht, wer kommt in Lidl. Okay, aber kann ich, kann ich nachvollziehen. Einkaufskörbe mag ich auch gerne. So für kleine, kurze Einkäufe ist das allerbeste. Jetzt geht's schon langsam in die, in die Richtung der, der Königskategorien. Jetzt kommen nämlich, kommt der Discounter des Jahres. Und Dennis, was ist denn, was ist denn deiner? Ich, äh, ich, äh, habe jetzt hier eine Doppelverleihung. Penny ist es tatsächlich wieder geworden. Ähm, oh ja. Weil Penny mir positiv aufgefallen ist, hier um die Ecke, ein bisschen weiter weg gibt es den, äh, Penny, äh, am Boxi, am Boxhagener Platz. Äh, und der sieht auch richtig schick aus. Da fühle ich mich wohl so als Hipster in Friedrichshain. Ähm, der hat so Graffiti an der Wand und so Metall und so. Sieht aus, industriell aus. Sehr, sehr gut. Finde ich gut. Bei mir ist es so, dass ich Penny auf dem zweiten Platz war. Also, ich hatte erst überlegt, ob's Penny wird, aber ich muss Lidl sagen für mich tatsächlich. Ähm, denn Penny ist zwar auch in der Nähe, äh, frequentiere ich auch häufig. Aldi hat's noch nicht ganz wieder in diesen Status reingeschafft, aber ich glaube, da kommen wir wieder hin. Gerade, wenn die ganzen Aldi-Märkte, äh, nach diesem modernen, neuen, Aldi-Frische-Konzept umgebaut sind. Blasphemie. Ähm, ähm. Äh, ich hatte auch, aber bei einem Penny stören mich zwei Dinge. Die, äh, Angebote, da gibt's manchmal geile Sachen, zum Beispiel so Riesentüten mit irgendwie Müsli, die so gefühlte 5-Kilo-Säcke, als würde ich damit irgendwie so ein Pferd füttern morgens. Ähm. Und es ist mittlerweile Cent heißt, aber. Das ist cool. Äh. Äh, was heißt Cent? Na, ist. Hab ich auch nicht verstanden. Na, früher waren's doch Pennys und jetzt sind's aber Cent. Äh. Versteh ich nicht. Okay. Früher hieß das Pfennige, Dennis. Ja, egal. Pfenni. Ah, Pfenni wär ein super Name. Nein. Äh, und was ich aber sehr anstrengend finde, ist die Gemüseabt, also die, die, ach Quatsch, die, erst mal die Angebote, die sind aber scheiße sortiert und es sieht immer alles wie hingekackt aus. Das finde ich auch, ist, man muss auch so komisch dran vorbeigehen, weil man dann irgendwie da zum Käse kommt und dann muss man sich das anschauen. Das sieht irgendwie, ich weiß nicht, bei den, ich weiß nicht, bei den, bei den Sachen, die da so an Non-Food verkauft werden, ist immer die Hälfte, hab ich das Gefühl, irgendwie brauchbar, aber jetzt gerade nicht. Und totaler Schrott. Ähm, die Lebensmittelsonderangebote, gerade diese riesen, äh, Müsli-Tüten oder keine Ahnung, was es da noch gibt, das wirkt immer alles so random da reingestopft. Man weiß gar nicht, was ist denn jetzt hier gerade der, der übergeordnete, worum geht's denn gerade? Ja, bei Lidl hingegen ist ganz klar, ist jetzt wieder Weihnachten, so. Und dann ist halt wieder mal, äh, Amerika-Wochen und dann ist wieder, gibt es wieder irgendwie, äh, Mittel, rund ums Mittelmeer. So, das ist irgendwie alles ein bisschen leichter für mich zu fassen und Obst und Gemüse bei Penny ist leider ein bisschen klein und ein bisschen, ein bisschen schlimm und das hat den Ausschlag gegeben, denn seitdem mein Lidl hier um die Ecke Obst und Gemüse in, äh, neuen Regalen hat, die ein bisschen höher sind und das alles ein bisschen netter präsentiert ist, hab ich auch das Gefühl, ist die, die Auswahl ein bisschen gestiegen, weil die mehr Platz haben. Und das hat den Ausschlag gegeben, deshalb ist bei mir Lidl der Discounter des Jahres. Kai, wie sieht's denn bei dir aus? Ich hab mich für Netto, und zwar den Hunde-Netto entschieden. Ah, sehr gut. Ein Hart-Discounter. Der hat immer einen Platz in meinem Herzen. Wisst ihr, warum ich mich dafür entschieden habe? Warum? Wegen dem Hund? Ja, der hat einen Hund im Logo. Das ist, das ist, äh, einer der wenigen noch Hart-Discounters, gibt ja noch Norma, ähm, das sind ja diese Läden, die noch richtig Hardcore, sich nicht verweichlicht haben lassen, so wie Lidl, die auch mittlerweile sehr viele Markenprodukte haben, oder Aldi, die auch damit richtig werben, äh, oder auch so Fipster-Produkte, wie veganes Zeug, so Norma, und Netto mit Hund ist einfach noch so richtig oldschool. Ja, wobei die, wobei die aber auch, äh, Markensachen haben ein paar, und es gibt eine große, relativ große Spielzeugecke. Das stimmt. Bisschen, sehr viel Non-Food noch. Nicht mehr, nicht mehr Hard-Discounter, genau. Kai, dann mach doch mal direkt weiter mit dem Biomarkt des Jahres, dann fängst du auch mal eine Kategorie an. Mein Biomarkt des Jahres ist die Bio-Company. Und, äh, ich habe mich dafür entschieden, äh, weil ich die Zusatzangebote, die sie so haben, äh, toll finde. Ich habe hier nämlich einen, der ist, äh, eine Bio-Company, die ist nicht so weit entfernt, und, äh, da werden manchmal Pakete von mir hingeliefert, die, äh, aus irgendeinem Grund, äh, nicht an mich, nicht an mein Zuhause geliefert wurden. Ich bin da mal dann rein und, äh, hab dann eben gesehen, da ist so ein Zettel mit DPD und dann im Pfeil so weiter hinten in den Markt. Und dann bin ich dem gefolgt und dann war ich irgendwann an der Fleischtheke und dann stellte sich wirklich heraus, ja, die Fleischtheke gibt jetzt Pakete aus. Also die gleiche Person, die quasi das Fleisch, Fleisch und Käse, ähm, verkauft, macht das auch, handelt auch die Pakete. Und ich fand das so ein bisschen schade, äh, schade, weil die Frau, ähm, musste, die da war, die, hatte, die hat ja eigentlich was gelernt, ne, und hat dann wahrscheinlich auch eine gewisse Liebe zu diesem Beruf. Und dann wurde ihr gesagt, ja, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Sie sind hier jetzt so eine DPD-Annahmestelle. Oder, weiß nicht, Hermes oder DPD, irgendwas war das. Und ich, also ich kam wirklich so auf sie zu und sie hat so, es waren nicht viele Leute im Laden, und sie hat so erwartungsvoll diese Plastikhandschuhe angezogen. Und dann meinte ich, ja, ich wurde ein Paket hier für mich abgegeben und hat sie ein bisschen enttäuscht, die Handschuhe wieder ausgezogen. Und dann meinte sie, ja, hier und so. Und dann, dann ist sie, hier mein Name, und dann ist sie irgendwie an die Seite gegangen. Und dann bin ich auch so ein Stück zur Seite gegangen. Und da hat man auch gesehen, hinten, da war dann so im Lager, waren dann hauptsächlich Pakete neben dieser Fleischtheke. Und dann hat sie das dann genommen. Und man hat dann auch, also sie meinte dann auch, ja, ich bin noch nicht so geübt mit dieser digitalen Unterschrift, hat mir das da so hingehalten. Und das war wohl alles relativ neu, dass ihr das da so aufgebrummt wurde, diese zusätzliche Aufgabe. Wie viele Wollpullover und Handys sind wohl schon im Fleischwolf gelandet, außer sehen? Das ist eine gute Frage. Du meinst, so Handyteile in Sülze gibt es demnächst? Dennis, was ist dein Biomarkt des Jahres? Der Denz hier, und zwar explizit der von meiner Haustür. Ja, okay. Einerseits wurden da auch schon Pakete für mich abgegeben. In der Fleischtheke? Nee, aber der Denz nimmt offiziell keine Pakete an und der Denz macht sie auch jedes Mal direkt wieder auf, weil die es ja gar nicht erwarten, dass für sie Pakete abgegeben werden. Und ich kriege dann jedes Mal ein verdutztes Klingel auf dem Motto, hier ist ein Paket für dich. Aber auch abseits davon… Legt das dann an Dennis und Denz, dass sie das irgendwie verwechseln? Ja. Ja, die Paketlieferanten lesen da nicht so genau. Denz Morhardt. Ja. Und vor allem, wenn es halt auch so gekühlte Lebensmittellieferungen ist tatsächlich. Da hat der OPS-Mann halt so, da steht halt drauf, Lebensmittel, und da steht dann Dennis drauf. Und dann steht da Denz. Also der ist einfach, ich nehme es niemandem übel. Aber der Denz hat mir schon sehr viel oft einfach… Ich kann einfach runterschleichen. Da kennt man mich. Man unterhaltet sich nett und ich kriege so das Nötigste, was ich so mal dringend bräuchte. Und das hat mir so oft gerettet. Und es ist gleichzeitig ein Biomarkt, was ganz okay ist. Ja, mein Biomarkt des Jahres ist ein arabischer Biomarkt, zu dem ich schon seit Ewigkeiten gefühlt gehe. Al-Natora. Für diesen Gag hast du diese Kategorie eingeführt. Ja, genau. Das könnte sein, dass das der Fall war. Also hast du doch einen türkischen Supermarkt bei dir. Arabisch. Das ist nicht dasselbe. Ja, das ist ja so eine Kategorie, kann man so ganz grob sagen. Ja, dann bist du halt auch jetzt Südhesse. Ja, das stimmt ja auch. Habt ihr schon mal so eine Gans bestellt, so einen Biomarkt? Ne, also, ihr habt es jetzt letztens mitbekommen, den bürokratischen Prozess dafür. Das sind schon mehrere Zettel, die man ausfüllen muss. Ja, ne, ich hab hier letztes Jahr, für Weihnachten waren wir ja hier und da hab ich eine Gans bestellt von so einem Gänsehof. Und die sind dann, haben dann so ein paar, die verkaufen dann außen hier, also die fahren dann quasi in der Stadt rum. Und dann sind da halt echt total krass, also dann bestellt man halt vor, auch so die Größe, die man haben will. Und dann stehen da halt einfach, kurz vor Weihnachten, 100 Leute in der Schlange und wollen so einen Vogel abholen. Und das ist halt, ist ja echt absurd ein bisschen. Aber nee, aber im Dings hab ich das nie gemacht. Damit war's das dann schon für unsere Kategorie. Nämlich? Und jetzt kommt der Supermarkt des Jahres, die absolute Königsdisziplin. Ach, die haben wir übersprungen, den Supermarkt. Das kommt als letztes natürlich. Ach so, der letzte. Ja, das ist die Königskategorie. Ach so, das ist Königskategorie. Ja. Dann sag ich Kaufland tatsächlich. Und Kaufland deshalb, weil ich's immer wieder neu entdecke und es mich immer wieder neu begeistert und ich... Was gibt's hier zu lachen? Dieser Podcast wird gesponsert von Kaufland. Ja, das wär super. Von der Schwarzgruppe. Ja. So. Ja, ist begeistert. Also wer den Trailer gehört hat, hat ja gemerkt, dass ich vom Kaufland ein bisschen überzeugt bin. So. Und es ist nämlich sehr froh, dass mein Realteil im Kaufland wird. Deswegen ist natürlich der Bisobermarkt des Jahres Kaufland. Okay. Bei mir ist es Rewe, weil ich hier diesen geilen... Waren wir da eigentlich schon mal zusammen, Dennis? Der scheiß Party-Kaiser, das ist mein Rewe hier, hat wenig vegane Produkte und scheiße sortiert. Geh ganz ruhig. Wir gehen mal, wir gehen mal zu dem schönen Rewe hier. Wenn du das nächste Mal hier bist, dann fahren wir da mal hin. Der ist ein bisschen, der ist nicht, der ist unweit von hier. Das ist ein schönen Rewe, die sind alle nicht hier. Männer mit starken Meinungen zu Supermärkten. Das sind da auch so eine leichte Red Flag. Kai, was ist denn dein... Also der Rewe ist echt klasse. Der hat auch eine super... Also ich glaube, die beste Fleischdecke hier im Umkreis. Der ist klasse. Kai, was ist dein Supermarkt des Jahres? Mein Supermarkt des Jahres ist die Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler im Halleschen Torbezirk zu Berlin. Einfach, weil wir da früher schon immer eingekauft haben, nachdem es dann minimal nicht mehr gab. Und der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und deswegen gehe ich zu Edeka, wenn es in der Nähe meines Wohnortes ein Edeka gibt. Und das ist jetzt seit glücklicherweise auch wieder über drei Jahren so. Deswegen ist das so mein Standard-Supermarkt geworden. Und ich bin auch zufrieden damit. Also du bist zufrieden, weil bei Edeka hast du ja immer das Problem mit den Kaufleuten, die da den Markt ja führen. Und wenn du einen Kaufmann oder eine Kauffrau erwischst, die diesen Markt führt und es scheiße ist, dann ist der Edeka auch scheiße. Genau, wenn die jetzt nicht alle guten Kolonialwaren haben beispielsweise oder so. Ja, also wir haben hier einen am Espenhof Pankow, der ist sehr, sehr klein leider. Der ist recht gut sortiert, aber dadurch, dass er klein ist, ist er wahnsinnig eng und gedrungen und da mag ich nicht so gerne einkaufen gehen. Ansonsten ist er gut sortiert und ich finde es schade, dass der öfter hingeht. Kann ich auch verstehen. Edeka, wenn man einen gut geführten Edeka erwischt, ist es Gold wert. Ja, wäre so schön, wie ich einen hätte. Danke schön, euch beiden. Das war dann zum ersten Mal. Kai, du hast doch so eine gute Sprecherstimme, ehrlich gesagt, merke ich gerade. Musst du öfters machen. Aber es gibt noch eine viel bessere Sprecherstimme. Wurde ich hiermit angestellt als Anycast. Dennis, es gibt noch eine viel bessere Sprecherstimme und die hören wir jetzt. NDR 1 Niedersachsen Im Anycast. Renke, was vermelden die Nachrichtenagenturen? Neu auf der Anycast schwarzen Liste. Laub, WTF, Zehensocken, WTF, Antipasti, es reicht. Und der Burger King an der Schönhauser-Allee, der macht mich so wütend. Der ist richtig scheiße. Kommen wir zu den News. Kommen wir zu den News in der Politik. In der Kategorie Sachsen, die die Welt nicht braucht diese Woche. Sachsens Ministerpräsident Michael Kritschmer. Dieser hat mit Blick auf die anstehende Neuwahl des CDU-Vorsitzes gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland bekundet, dass er den bundesweit Bekannten volldurchgeknallenden neoliberalen ewig gestrigen Friedrich Merz unterstütze. Buh. Sport. Der ungeimpfte Volltrottel-Verteidiger des FC Bayern München, Joshua Kimmich, hat sich nach Angaben des Vereins mit dem Coronavirus infiziert und weilt in häuslicher Quarantäne. Die Anycast-Redaktion wünscht an dieser Stelle völlig ironiefrei. Gute Genesung, du Idiot. Und zur Wissenschaft. Eine Forscherin der Universität Glasgow hat ein Gerät erfunden, mit dem ihr Hund sie jederzeit per Videotelefonie von zu Hause anrufen kann, wenn er einsam ist. Sie nennt es Dogphone. Weitere Projekte sind bereits in Planung. Etwa ein Aquarium mit Kanalisationsanschluss, Eigenspülfunktion und verbundenem Schredder für suizidale Goldfische namens Quick Sashimi und ein Apparat, der es Menschen jederzeit und von überall aus ermöglicht, in die Vorderposition einer Buffetschlange befördert zu werden. Der sogenannte Altmaier'sche Hebel, benannt nach einem der Öffentlichkeit noch unbekannten Geldgeber. Die Anycast-Redaktion wünscht gutes Gelingen und allzeit eine Handbreit Gänsefett unterm Kinn. Dennis, kommen wir jetzt zur Anycast-Euro-Jackpot-Vorhersage für den 3. Dezember 2021. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und die Eurozahlen. Eins und zwei. Abschließend grüßen wir alle gemeinsam den wieder auferstandenen Fernsehgott Jörg Dreger mit einem dreifachen Tor. Zwei. Tor. Zwei. Tor. Zwei. Das war... NDR 1 Niedersachsen Mit Michael Thurnau Im Anycast. So. So. Ich bin leer. Ich bin leer. Aber wir haben ja noch quasi einen letzten Aufruf für euch, weil das war jetzt das zweite Testhören. Nee, das musst du aber nicht sagen, Dennis. Das macht doch Dr. Kai Rosin. Genau, deswegen wollte ich an ihn jetzt übergeben. Dr. Kai Rosin, was sind die Kategorien nochmal? Die Kategorien, die ihr bitte erneut bewerten sollt, sind Rubrikenangebot, Hörgenuss, Preisleistung, Ambiente und Service. Und in diesem Podcast ist es natürlich zu wünschen, dass dieses Mal bessere Bewertungen herausspringen als beim ersten Testhören. Gerade so aus Richtung Schweiz. Hoffen wir da, glaube ich, auf bessere Noten. So. Und damit das auch so ist, gibt es jetzt auch für die Abmoderation ein neues Jingle. Die Anycast-Abmoderation Habt ihr euch etwas überlegt? Sonst sage ich einfach nur Tschüss. Das war der Anycast für diese Woche. 121. 1, 2, 1. Folge Hohmann, 100 Nummer 1, 20. Oder rückwärts 1, 2, 1. Oh Gott, Dennis. Kommt mal rum auf Social Media. Bei Twitter sind wir zu finden mit dem Handel Anycast, sowie auch auf Facebook sind wir, glaube ich, Anycast.podcast, sowie auch auf Instagram. Und folgt uns auf Telegram. Folgt uns auf Telegram. Da gibt es jetzt nur da, nur da, t.me slash Anycast offiziell oder official, je nachdem, wie ihr das sagen wollt. Ist verlinkt. Nur da gibt es den Anycast-Adventskalender. Um ganz kurz noch ein bisschen Cross-Promotion zu machen. Ja, Moment, Moment. Ja, okay, okay. Wir haben auch nur Gäste, die in so eine torslos Panik geraten, dass sie ihre Promotion noch nicht unterbracht kamen, und dann rein moderieren. Ihr habt meine CD noch nicht einmal in die Kamera gehalten. Wo ist meine CD? Ich habe sie noch nicht gesehen. Das war schon bei Cornelis so, der irgendwann Panik hatte, dass wir nicht mehr seine Sachen erwähnen. Ich hatte jetzt hier Panik, dass ich auf dem Sessel, auf der Plattform hier jetzt rausgeschoben werde. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das tun, auf anycar.st slash unterstützen, mit UE geschrieben. Da hat Dennis sogar einen ganz tollen Giro-Code hinterlegt, den könnt ihr einfach ganz keck mit eurer Bank-App scannen und uns ein paar Euro in den Hut werfen, wenn ihr das wollt. Oder ihr spendet irgendwas über Ko-Fi oder so. Und wenn ihr doch kein Geld übrig habt, dann tut uns und euch doch den Gefallen und hört den Kai-Cast. Der hat nämlich auch was ganz Besonderes für die Adventszeit. Ich mache auch einen Adventskalender. Ich weiß gar nicht, wie ihr auf die Idee gekommen seid. Ich mache wieder einen Adventskalender. Ich habe da mit 2017, glaube ich, schon angefangen, damals auch auf Telegram und mache das erneut. Getestet werden ein Escape, nicht Escape Room, aber so ein Escape-Rätsel, Adventskalender und wieder T-Sorten. Sehr gut. Diesen Escape-Tee wollte ich auch erst kaufen. Es wird auf jeden Fall sehr spannend, genau. Da freue ich mich drauf. Kai hat übrigens auch eine sehr schöne Erzählstimme. Ja, definitiv. Deutlich besser als unsere beide. Soll ich euch von meiner Frau ausrichten? Finde ich gut, ja. Das war noch nicht der Anycast, aber die ... Die Anycast-Abmoderation. Tschüss. Tschüss. Bis bald. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020